Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mitvergnügen. Ich bin Matze Hescher und ich treffe mich hier mit KünstlerInnen, UnternehmerInnen und mit schlauen Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert. Ich will wissen, wie ihr Alltag aussieht. Ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen, wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen, ihr sollt von ihnen lernen und natürlich eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Und nun zu meinem heutigen Gast. Ich bin auch ein bisschen übermüdet, weil wir uns sehr, sehr kurzfristig verabredet haben und ich quasi die letzte Nacht mit dir verbracht habe, mit Jerks. Was wirklich total merkwürdig ist, sehr merkwürdig ist, wenn dann die Person, die man so auf dem Bildschirm sieht, wenn die, es war so ein komischer Moment, als du da so reinkamst. Weil das hat, man denkt, das ist… Vor allem, wenn es so nahtlos passiert, oder? Das ist vollkommen nahtlos. Also da frage ich mich natürlich sofort, wenn ich das schon nicht abstreifen kann, das, was ich da gerade sehe, oder wie machst du das? Ach, also als Schauspieler ist das relativ simpel. Es gibt Leute wie Fahri, zum Beispiel Fahriati mit irgendwelchen Jerks machen. Das ist unglaublich spannend, wenn der, es gab in der zweiten Staffel eine Situation, da treffe ich Paul, gespielt von Paul Keuter, und freunde mich mit dem an. Und Fahri wird ein bisschen eifersüchtig, weil ich da einen neuen, eventuell sogar zum besten Freund appassierenden Mann kennengelernt habe. Und der Paul Keuter ist aber im wahren Leben ein Freund von Fahri. Und Fahri war dann tatsächlich eifersüchtig. Also kindischerweise und auch absurderweise, aber der steigert sich so rein ins Spiel und in die Figur, fast klischeeartig, aber ihm ist es real, dass er das Gefühl nicht los wird. Der kann das nicht ablegen hinterher. Das kann ich eigentlich ganz gut, da fahre ich zum Beispiel gar nicht. Da war dann wirklich Paul und mir gegenüber den ganzen Tag voller Argwohnen. Aber was ich schwieriger aus dem Kopf kriege, ist hinterher im Schnittprozess, also wenn wir dann Jerks zusammenschrauben, dann bin ich ununterbrochen in dieser Welt. Und dann denke ich, egal wo ich bin, darüber nach, ob das, was ich gestern geschnitten habe, denn so stimmt und will eigentlich sofort wieder zurück in den Schnittplatz und nochmal umschneiden und so. Also es ist da nicht eine Figur, sondern es ist der Arbeitszug. Ja, genau. Also dieser Jerkskosmos in seiner Gänze, der beschäftigt mich schwer. Und da komme ich auch schwer raus. Diese Ulmfigur da zu spielen, das ist nicht so das Ding. Das beschäftigt mich nicht so arg. Da kann ich schnell wieder raus aus so einer Szene. Aber der Schnitt, ich träume auch nachts in Schnitten in dieser Schnittzeit, was furchtbar ist. Weil ich oft von Szenen träume, die wir gar nicht gedreht haben. Und dann immer, wie schneide ich das zusammen und so. Und dann aufwache und denke, die Szene, die gibt es ja gar nicht. Das beschäftigt mich echt sehr. Die Zeit ist wahnsinnig intensiv. Die gräbt sich ein. Und findest du das gut oder ist das ein Zustand, den du dann eher loswerden willst? Oder es hat ja auch was total irgendwie auch Geiles, sich so zu vergraben und so eine Leidenschaft zu haben. Ist das dann für euch zu Hause schwierig? Oder musst du dich dann irgendwie so abtrennen, dass du sagst, okay, ich bin jetzt, fahr die jetzt mal oben auf dem Dachboden und schneidet. Oder bist du, also wie kriegt ihr das da getrennt? Oder kriegt ihr das vielleicht gar nicht? Doch, das ist so, dass ich eigentlich meistens nachts schneide und dadurch bin ich auch zu Hause und ich esse mit allen zu Abend und bringe dann die Kinder ins Bett und wir arbeiten. Und dann pennen die alle und ich arbeite und am nächsten Morgen wachen die auf, ich bringe die Kinder in die Schule und dann gehe ich schlafen. Und durch diese Arbeit in die Nacht verlegen, komme ich nicht in die Verlegenheit, ständig abwesend zu sein. Also ich penne zwar tagsüber, aber ich bin ja an den neuralgischen Punkten des Tagesgeschehens morgens und abends bin ich ja da. Was total auffällt, wenn man sich das anguckt, also eigentlich so von der ersten Staffel an, das ist eine unglaubliche Freiheit, kreative Freiheit ausstrahlt und eine Spielfreude. Also man merkt richtig, wie viel Bock alle haben. Also das ist irgendwie nochmal eine zusätzliche Ebene, man kann sich auch vorstellen, keine Ahnung, dass eine riesige Schlacht bei Game of Thrones vielleicht auch Spaß gemacht hat, irgendwie zu drehen. Aber da ist es so eine Freude, weil alle lachen natürlich oft und es ist irgendwie, was glaubst du, wie gelingt es, dass das so da ist? Und wenn jemand davon redet, von Jerks und Drehs und Drehs, das ist immer so eine tolle Stimmung am Set und das ist so toll und was ist da anders? Ich glaube, also ich kann nur sagen, warum es mir Spaß macht und ursprünglich war es ja ein Experiment. Ich drehe ja, glaube ich, Filme seit 2003 und das habe ich auch mit Fahri, als wir über Filme machen, noch bevor es Jerks gab, über Filme machen sprachen, ist uns aufgefallen, dass wir, wenn wir drehen, an so vielen Regeln festhalten und die auch nie hinterfragen. Es sind immer die gleichen Abläufe. Du machst eine Probe, erstmal eine Leseprobe, dann machst du eine Durchlaufprobe, dann werden dir Marken geklebt, wo du stehen musst. Dann sagt der Lichtmann, okay, dann mache ich euch da euer Licht hin. Dann sagt er, aber geht nicht zu weit nach links, weil da seid ihr im Schatten und so weiter. Und es ist alles wahnsinnig stark choreografiert. Und du kannst eigentlich dauernd nur etwas richtig oder falsch machen. Also du bist falsch gestanden oder du hast den Text falsch gesprochen. Und das kratzt so ein bisschen, also bei mir geht es so, dass das irgendwann an meiner Lust kratzt. Wenn ich das Gefühl habe, ich muss nur noch Regeln erfüllen und wie einen Ikea-Tisch zusammenbauen. Oder es ist dieselbe Geilheit, die es braucht, um nicht falsch zu parken. Oder die Einbahnstraße nicht verkehrt rum reinzufahren, weil du einfach auf die Schilder achtest und so. Aber ursprünglich hast du ja mal diesen Job gemacht, weil du im Falle eines Schauspielers, und das ist so ein Klischee-Satz, aber der stimmt ja in seiner Urintention, weil du mal in eine andere Rolle eintauchen wolltest. Weil du mal jemand anders sein wolltest. Das bist du aber nicht, wenn du auf einer Markierung stehst, damit du nicht im Schatten bist und zwei Sätze aufsagst, die dir vorher einer geschrieben hat. Sondern das bist du aber dann im Falle, und dann waren wir irgendwann bei Jerks, von so einem Improvisationsformat viel eher. Wenn du 30 Minuten durchgehend drehst und es keinen Text gibt und du die Verantwortung für deine Figur hast und gar nicht anders kannst, als in sie reinzutauchen, um sie lebendig werden zu lassen. Ich glaube, dass das Spaß macht. Also die Abkehr von all den Gewohnheiten, all das mal über Bord werfen, auch gar kein Licht setzen, und mal gucken, wie das sozusagen an der Urlust rühren. Warum haben wir das alle mal irgendwann gemacht? Ist das wie so auf dem Weg zur Schule oder im Kindergarten, man wird plötzlich zum Ritter und kämpft? Ja, einfach so. Einfach so, aus dem Nichts heraus? Ja, und das ist die Frage, das Tolle an so künstlerischen Jobs ist doch, dass es keine Regel gibt. Also wenn du Arzt bist und du hältst dich, wenn du da operierst, nicht an die Regeln und du schneidest irgendeine Arteile durch. Das stirbt ein Mensch. Aber in unserem Job, was haben wir denn zu verlieren? Also wir können es doch wirklich mal drauf ankommen lassen, es heute ganz anders zu machen als gestern. Und das ist eigentlich die Jerksidee gewesen. Also neben den Geschichten und neben dem Thema Charme und so weiter, auch in der Entstehung, ist mal so zu machen, wie man eigentlich Bock drauf hätte, wenn man alles weglässt, was einen nervt am Filmemachen. Und hast du dich da konzeptionell hingesetzt und hast mal gesagt, so, jetzt haben wir hier eine lange Liste, Licht, Nachtdrehs, Studioaufbau, Markierung und hast alles weggestrichen? Oder wie bist du da hingekommen? Ich glaube, auch das ist versehentlich passiert. Das ist in der Retrospektive, warum haben wir eigentlich so viel Spaß? Dann ist, glaube ich, das, dann bastelt man sich das so zurecht. Und ich könnte jetzt im Nachhinein sagen, das war natürlich ein schlaues Konzept. Kannst du das bitte erzählen? Nein, das ist irgendwie besser. Aber es ist tatsächlich irgendwie so entstanden. Also Fakt war, das muss improvisiert werden. Und dann gab es natürlich bei der Wahl des Drehorts Potsdam, ich habe einfach auch keinen Bock mehr zu reisen. Das klingt so debil, aber ich bin so viel, wenn du drehst, bist du halt immer in anderen Städten. Und du kannst jetzt deine Kinder in die Schule bringen. Ja, genau. Und ich habe eh so Schwierigkeiten immer mit Abschied nehmen, auch von der Familie. Okay, ich vermisse es einfach so schnell, so nervig. Hast du dann wirklich ganz klassisch Kind zur Schule und dann? Ja. Ich fahre morgens meine Tochter, mein Sohn fährt inzwischen selbst zur Schule, aber ich fahre meine Tochter in die Schule, beziehungsweise in den ersten Jahren auch in den Kindergarten und bin danach am Set. Und deshalb ist Drehbeginn 9.30 Uhr und nicht 7 Uhr, weil ich halt früher die Kinder in die Schule bringen muss. Und deshalb ist Potsdam auch der Drehort, weil ich gerne zu Hause arbeiten möchte. Und dann aber jetzt auf 5.30 Uhr, jetzt müssen wir aber aufhören, weil... Nee, abends ist dann meine Frau da oder ein Kindermädchen, aber wir machen 18 Uhr Drehschluss. Aber in unserem Fall auch deshalb, weil das Licht dann weg ist. Wir setzen ja kein Licht, um diese nervig lange Umbaupausen zu vermeiden und dann ist es ja auch irgendwann dunkel. und dann ist man wieder zu Hause. Aber das Licht weglassen zum Beispiel ist eine Entscheidung, die tatsächlich darauf zurückzuführen ist, dass wir gesagt haben, lass uns auf diese ewig langen Umbauten einfach verzichten. Lass uns doch mal gucken, muss das überhaupt sein? Und da kenne ich mich jetzt technisch nicht so gut aus wie unser Kameramann Florian Licht, der dem sagt, ehrlich gesagt, man darf es gar nicht so laut sagen, weil es ja sehr viele Menschen gibt, die leben davon, dass beim Film nicht geletzt wird. Aber die Kameras sind heute so weit, du kannst mit dem vorhandenen Licht und ab und zu muss man ein paar sogenannte LED-Flats vor die Wand stellen, damit es ein bisschen heller wird, weil es zu dunkel ist, kannst du schon tolle Lichtstimmungen herstellen, die dann aussehen wie geleuchtet. Und hat sich jetzt also diese Erkenntnis, durch weglassen entsteht größerer Spaß, hat die dich jetzt auch in anderen Feldern beeinflusst? Also nimmst du das irgendwie mit und sagst bei einem neuen Projekt, naja, wir können doch, guck mal, hier steht es wieder, die Markierung. Lass mal, also hat dich das dann irgendwie auch oder auch die anderen, die da daran beteiligt sind, also so eine Erfahrung macht ja auch was mit einem. Eigentlich habe ich das schon immer gemacht. Ich habe ja lange bei MTV gearbeitet und die ersten vier Jahre in London und habe da eigentlich den Umgang mit diesem Thema, wie inszeniert man was oder was man vor der Kamera eigentlich gelernt. Und die Engländer haben im Unterschied zu den Deutschen, obwohl ich das immer hasse, dieses, die Deutschen sind so und so, das ist typisch deutsch und so, aber es gibt nochmal kulturelle Unterschiede. Und die sind so, dass wenn ich in England was geschnitten habe und wir sitzen in der Edit-Suite und damals war das noch kurz davor, dass es digital wurde, es gab noch so analoge Schnittplätze. Und auf einmal entstand, da schnitten wir irgendwas und da war irgendein Wackelkontakt in einem Kabel, das entstand auf dem Monitor, so ein Flackern, das Bild flimmerte so, es war so ein Rauschen mit so seltsamen grünen Strichen, die da so durchfunkten, es war ganz klassisch eine Bildstörung. Und der Cutter war total aufgeregt und dachte, Great, look at this! Und fand einfach das Bild so toll, dass dadurch diese Panne entstand. Und ich schwöre, dass dieselbe Situation in einer Edit-Suite dann in Deutschland wäre, scheiße, wo haben wir Wackelkontakt? Wir müssen sofort Panne, Panne! Wir müssen sofort jemanden von der IT her holen! Und er sagte, lass uns das merken und das müssen wir abfilmen. Und dann filmte er diesen Effekt und versuchte nachzuverfolgen, wie es zu dieser Störung kam, um die hinterher nochmal herstellen zu können, weil er sie so faszinierend fand. Und so ist die ganze Visualität von MTV damals, die ja auch wegweisend war, das hatte ich da gelernt, entstanden durch Zufälle oder durch Notwendigkeiten. Wir hatten eine Sendung gemacht, die hieß Hot und da waren keine Studios mehr frei und dann haben die nebenan in so einem Häuserkomplex einfach so eine Einzimmerwohnung gemietet, die winzig war und weil der Raum nicht ins Bild passte, haben die so eine Chirurgen, so eine Fingerkamera oben hingestellt mit so einem Froschaugenobjektiv, damit der Raum ins Bild passte. Und man hat gedacht, wow, das ist aber ein geiler Look und ich habe das sicher lange dran überlegt. Aber die haben oft aus Zwängen heraus einfach irgendwas geboren und das hat mich eigentlich geprägt. Und ich habe deshalb nie Angst gehabt, weil ich sonst eigentlich immer vor allem möglichen Schiss habe, aber ich habe nie Angst gehabt vor Pannen oder vor Zufällen oder vor unvorhergesehenen Dingen, weil ich gelernt hatte aus meiner England-Zeit, das ist das Beste, was dir passieren kann. Wenn etwas geschieht, auf das du nicht gefasst bist, dann entsteht etwas, das toller ist, als du es dir je hättest am Schreibtisch vorher zurecht basteln können. Das aber, um auf die Frage zurückzukommen, mitzubringen, jetzt wenn ich jetzt Tador drehe oder andere Sachen, die konventioneller gedreht werden, da kannst du ja nicht so im Team sagen, hey, lasst mal die Marken weg. Das fände ich auch eine unangenehme Haltung von mir. Ich habe eine Erfahrung gemacht, Leute, wir machen mal alles anders. Macht mal das Licht wieder aus oder so. Sondern, ey, dann ist das halt so. Das ist ja vielleicht auch eine Erholung. Das wollte ich gerade sagen, ja. Das ist es manchmal auch. Dass man so denkt, ja, es ist auch so ein bisschen der Gedanke oft, ich will es jetzt anders machen. Aber das stimmt. In so einer Lichtunbaupause kann man dann auch mal jemanden anrufen oder so. Ich denke, dass manchmal, wenn man in so einen Urlaub fährt, dass es ja total super ist, neue Plätze zu finden. Und manchmal ist es auch geil, wieder zum gleichen Ort zu fahren. Und sagen, ja, ist jetzt einfach die größte Erholung und macht jetzt einfach mehr Sinn als so eine Safari. Das stimmt, ja. Wie ist das aber für dich? Ich meine, letzten Endes gibt es eine große Freiheit. Andererseits, sagen wir mal so, vereint Herr Ulmen ja sehr, sehr viele Gewerke in einer Person. Und wie kann die, also bei Jerks, wie kann ich mir das vorstellen, dass also so diesen einerseits wirklich rein vor Ort, wie ist das? Der spielt ja, guckt in die Kamera, geht weiter, Kappe auf, Kappe runter, welche Rolle ist er jetzt gerade? Und dann aber auch das Nächste, die Klarheit. Dann auch noch zu wissen, zu erkennen, das ist jetzt gut. Und die Klarheit zu haben, zu wissen, that's the scene. Also wie machst du es vor Ort? Meine Rolle hat ja jetzt selten Momente, in denen ich schauspielerisch an meine Grenzen käme. Das heißt, ich habe immer noch Kapazitäten, in meinem Hirn parallel das Gesamtgeschehen zu überblicken. Weißt du, also ich muss ja nicht jetzt irgendwie... Also du spielst und bist aber währenddessen auch noch so ein bisschen noch eine Drohne oben rüber. Ja, ich nehme das irgendwie wahr, was parallel passiert. Weil ich ja jetzt nicht, weiß nicht, dass das plötzliche Ableben spielen müsste oder permanent dramatischen Liebeszirkus performen muss. Meine Figur spielt, ist ja immer eher reaktiv. Und das erfordert jetzt nicht so viel Konzentration auf das Spiel. Ach so. Also ich konzentriere mich schon natürlich auch... Das klingt jetzt seltsam, aber ich mache schon auch den Job des Schauspielers, glaube ich, gewissenhaft. Das heißt, du kannst durch die Art, wie du... Also durch deinen Job, den du dann als Darsteller hast, kannst du diese Perspektive einnehmen, diese zweite. Ja. Ich reg das mit, was die anderen machen. Und ich glaube, trainiert habe ich das mit diesem ganzen versteckten Kamerazeug. Mein neuer Freund und so weiter, wo ich immer als Figur in eine Wohnung von fremden Frauen gegangen bin. und die mussten erzählen, dass ich ihr neuer Freund bin. Und ich war aber verkleidet und spielte ja wirklich drei Tage am Stück eine Figur. Ich schlief ja dann auch da und so. Und da musste ich ja neben der Performance der Figur auch immer gucken, wie reagiert die denn jetzt aber gerade? Ist die schon genug genervt oder muss man noch ein bisschen anziehen? Das heißt, parallel zur Performance den Überblick zu haben, wie das Gesamtszenario wohl gerade wirkt, das habe ich da, glaube ich, geübt. Und wie merkst du dann, also ist das so eine Art, merkst du es körperlich, merkst du es durch Erfahrungen, wenn jetzt was gut funktioniert hat? Also wenn du merkst, oh je, das war jetzt super, das ist jetzt eine, also auch vor Ort, das ist jetzt, ihr habt euch ja schon, ihr habt euch keine Dialoge überlegt vorher, aber ihr habt ja Szenen überlegt, die ihr spielt. Woran merkst du, das war jetzt geil? Das ist schwierig, um heute zu fassen, weil es so, weil es letztlich nur ein Gefühl ist. Du spürst, also entweder glaubst du das, was dein Gegenüber gerade gesagt hat, oder du glaubst es nicht, du merkst, dass es hergestellt ist, dass es jetzt performt ist. Oder du bist sehr überrascht und musst ein Lachen unterdrücken, das ist auch immer ein gutes Indiz dafür, dass gerade was entstanden ist, es irgendeine Kraft hat. Aber am Schluss ist es eine Intuition, es ist ein Gefühl. Du spürst einfach, das glaubt man jetzt, das war stimmig in sich. Ich glaube aber noch stärker, als dass ich spüre, wenn was geklappt hat, wenn was nicht geklappt hat. Und das spürt man fast körperlich. Also ein falscher Ton, etwas Aufgesetztes, das spürt man glaube ich schnell. Und was gibst du den Schauspielern und Schauspielerinnen, dass die sich so, naja, dass die so frei sind? Ich glaube, dadurch, dass wir teilweise eine halbe Stunde am Stück spielen, schwimmt man sich sehr schnell frei. Also wenn der Schauspieler einmal das Gefühl hat, ich werde hier nicht so beäugt. Es gibt ja Regisseure, die stellen sich auch bei den Proben nicht hinter ihre Kombo, also hinter den Monitor, sondern stellen sich neben den Kameramann und gucken direkt den Schauspielern beim Spielen in die Augen, also gucken denen direkt zu. Und das hemmt dich, wenn dich einer so beobachtet. Und dadurch, dass ich mitspiele, glaube ich, haben die Schauspieler zum einen schon mal nicht dieses Gefühl, so beobachtet zu werden, gerade vom Regisseur. Ich kenne das auch von mir, dass ich ganz oft spiele und merke, ich will es dem Regisseur recht machen. Ich bin gar nicht mehr bei mir, sondern ich gucke eigentlich nur, wie reagiert der Regisseur. Kommt der gleich zu mir und gibt mir Zucker und sagt, fein gemacht. Und dann sage ich, ja toll, ich mache so weiter. Und dann kommt der und sagt, du spielst doch mal hier ein bisschen sphärischer oder so. Und ich glaube, wenn das weg ist, also wenn Schauspieler nicht mehr das Gefühl haben, sie spielen dem Regisseur was vor, um dessen Vision gerecht zu werden, sondern wenn sie das Gefühl haben, ich bin für mich, ich kann jetzt hier einfach aufspielen. Das ist das Bessere, wenn man... Dann pitzelt das auch wieder an diesem Spaß, den du eben beschrieben hattest. Das heißt, diese zu vergessen, also nicht es für den Chef zu tun, sondern einfach für sich und zu sagen, wo ist meine eigene... Also ich wundere es eh, dass man jemand wie du, der ein sehr großer Schauspieler ist, dass du überhaupt noch das Gefühl hast, ich will es... Ah, ich will es gerade, ich will, dass der... Seltsam, ne? Es ist ein seltsamer Effekt, ja auch Fahri, dem man das auch nie zutrauen würde, auch der hat mich oft darüber unterhalten und sagte, man will doch eigentlich, wenn man spielt, immer nur, dass der Regisseur sagt, hey gut... Und das liegt aber auch da, das gibt einem ja der Regisseur, wenn der Regisseur dir das Gefühl vermittelt, so, ich habe die Idee und wir machen das jetzt nach meinen Vorstellungen und jetzt zeig mal und dann sage ich dir nachher, ob du das getroffen hast, dann bist du eben in so einer Prüfungssituation. Ich glaube, das ist etwas, das der Regisseur dir vermittelt und sich davon loszueisen und ist deshalb so schwierig, weil du als Schauspieler ja eigentlich komplett verloren bist. Du weißt ja nicht, ob das jetzt funktioniert, was du da machst. Da kannst du nämlich noch so oft gespielt haben. Du brauchst immer einen Sparingspartnern gegenüber, das dir irgendwie spiegelt, was du da gerade gemacht hast. Und bist du denn ein guter Lober? Ist das ein Komplimentemacher? Ja, ich weiß nicht, ich bin schlecht drin, glaube ich. Also ich mache es immer, aber ich glaube, man merkt mir an, dass ich es mache, damit die Stimmung gut ist. Ich habe auf dem Making-of-Material mich mal hinterher loben gehört. Das ist so furchtbar. Das ist so, ich kann mich da kaum ertragen, aber ich sage, toll, das war aber toll. Ich glaube aber, dass dieser Spiegel des Regisseurs in unserem Fall dieses Gefühl ist, das haben ja alle, das habe ja nicht nur ich beim Spielen, dass du merkst, irgendwie es funktioniert gerade, da entsteht ein Groove. Wir sitzen ja alle am Tisch und manchmal gibt es auch Tage, wo sich alle ins Wort fallen, wo man sich permanent dazwischen redet, wo keine Linie entsteht, wo man nochmal ansetzen muss, aber jeder hat ja ein Gefühl, wenn in dieser Improvisation ein Rhythmus entstanden ist. Ich stelle mir das vor, obwohl ich... Wie eine Band eigentlich. Das wollte ich gerade sagen. Es ist wie eine Jazzband, die einfach jetzt jammt und dann spielt einer irgendwie so ein Blues-Schema auf E-Moll und dann steigen alle so mit ein und das kann ja auch eine Stunde dauern. Und so ähnlich ist das bei uns auch und der Spiegel ist dann das jeweils eigene Gefühl von ich bin jetzt im Groove. Und oft ist das deckungsgleich. Es ist ganz selten, dass ein Schauspieler sagt, wow, war das geil gerade und alle anderen sagen, nee, du warst ganz schön aus dem Rhythmus. Das spüren ja alle. Und das ersetzt quasi diesen Regisseur, der immer ankommt und sagt, ob es jetzt gut war oder nicht, sondern bei Jerks geht es glaube ich darum, dass wir alle zusammen so ein Gefühl kriegen von, jo, das klappt. Und hast du, also wir haben es bevor das Mikro an war, schon über jemand anders darüber geredet. Gibt es so eine Art Rituale, Rezepte oder irgendwas, wo du merkst, oh, das hilft dem Groove. Das ist, also ich meine, bei der Jazzband könnte man jetzt sagen, stell eine Flasche Whisky hin und dann ruft das geil oder keine Ahnung. Oder bei einer Reggieband ist es der Joint. Nee, also eigentlich nur alle erstmal in Ruhe lassen. Das war am Anfang, glaube ich, das, wo ich dachte, das habe ich gedacht, das hat mir tatsächlich auch konzeptionell so angelegt. Sagen wir, man nicht erstmal allen reinreden. Also alle Gewerke, ob das jetzt Kostüm ist oder Ausstattungen sind ja gewohnt, dass sie mit jeder Gießkanne, die im Bild steht, zum Regisseur kommen und fragen, hey, ist die Kanne hier okay oder soll es lieber eine aus Keramik sein und sagt der Regisseur, zeig nochmal die siebte Kanne von links und so. Sondern einfach dem Ausstatter zu sagen, richte das mal so ein, wie du es dir vorstellst. Und dem Kostüm noch nachzusagen, mach mal, wie ihr euch das vorstellt. Und ich glaube, das hat viel dazu beigetragen, dass die Stimmung so ist, wie sie ist. Dass alle Gewerke das Gefühl haben, ich kann hier mal mein Ding machen. Das geht dann natürlich nur bis zum gewissen Grade. Ich weiß noch, dass wir eine Szene in der zweiten Staffel hatten, wo alle auf München, gespielt in München und alle sollten auf München angezogen werden und dann sahen die wirklich alle aus wie so Seppel und Kasper und so. Und dann sehe ich meinen Job als Regisseur natürlich darin zu sagen, okay, da ist jetzt zu viel Farbe verschüttet, hier vielleicht nicht die Seppelmütze. Nicht die Brezeln in der Mund. Sondern vielleicht und so. Und das gilt natürlich auch für Schauspiel, das man hier und da natürlich begrenzt. Aber ich verlasse mich dann extrem stark auf den Schnitt. Oft sage ich auch Schauspieler nicht, wenn ich was nicht so gut fand, um diesen Groove nicht zu stören, weil ich ja weiß, das schneide ich eh nicht rein. So. Und eigentlich achte ich nur immer darauf, habe ich meine Sätze, habe ich meine Reaktionen, die ich für glaubwürdig befand, damit ich die nachher im Schnitt verwenden kann. Und wir hatten einen Schauspieler auch, der liebte es, wo Farid dahinter zu mir kam, Mann, da dauerte ein Take auch, glaube ich, weiß nicht, 40 Minuten. Mann, ey, der Typ, sag dem doch mal so aufhören, der ist immer so lang, der redet, der labt sich da. Lass ihn doch, dafür fühlt er sich wohl und so weiter, gibt ihm Gas, weil nichts ist schwieriger, als an ein Set zu kommen und du hast nur einen Tag und alle anderen sind schon eingegroovt und haben schon 15 Tage auf dem Buckel und du kommst aufgeregt für deine Eintagesrolle und sollst jetzt aus nichts in diesen Groove reingehen. Das ist das Allerschlimmste. Ja. Wenn du in so einen Film gehst und hast nur eine kleine Rolle und hast diese fucking drei Tage und hast keine Zeit, dich da einzugrooven. Und da muss man so einem Schauspieler auch gestatten, dass er dann mal oben in den Groove zu kommen über die Stränge schlägt oder auch mal wo es dann nochmal falsch klingt oder zu lang und Also in Ruhe lassen. In Ruhe lassen. Der spürt auch selber irgendwann, ob das zu lang war oder falsch. Ich muss hier nicht hingehen und das noch bestätigen und ich weiß immer, schneide ich alles raus. Da sind wir schon beim Schnitt. Weil das ist ja auch nochmal, du hast dann eine halbe Stunde hier, eine dreiviertel Stunde da für eine Szene und eine Szene ist dann am Ende wie 30 Sekunden, eine Minute. Wie schaffst du dir selber eine Klarheit darüber, was, also da sitzt du ja, du arbeitest, du schneidest mit einem Kollegen zusammen in Berlin, die sind verbunden über Online. Genau, über so eine Cloud sind wir verbunden. Ich sehe, was er schneidet, er sieht, was ich schneide. Aber wie schaffst du, naja, du musst ja wirklich so ein, wie können wir das, so ein Mikado, genau das Richtige rausziehen, dass da nichts zusammenfällt, nichts anderes, also so, und dann wieder ein neues Mikado aufbauen, das ist ja total komplex. Natürlich auch so dieses, naja, also dann sind die Folgen sind jetzt immer so 25 Minuten lang, das ist ja auch richtig Kill Your Darlings ohne Ende. Wie schaffst du das? Und dann auch noch, wir sind in der Nacht, wir sind übermüdet, wir haben den Zeitdruck, gleich steht die Familie wieder auf und gleich muss ich zum Podcast und so weiter. Also wie schaffst du da die Klarheit? Also den, der Druck ist ätzend, den hasse ich wahnsinnig, dieses Deadline-Ding. Ich habe die Deadline auch, glaube ich, diesmal dreimal verschoben und Gott sei Dank hat sich der Staat auch auf natürliche Weise verschoben, weil sie, wir gehen erst später mit unserem neuen Portal on und so weiter und das hat mir geholfen, aber andererseits ist der Druck auch wichtig. Ich glaube, ich würde immer noch schneiden, wenn ich den nicht hätte. Das ist so eine Hassliebe. Der Druck ist unerträglich, aber du brauchst den auch, damit du konzentriert bleibst. Und von der Vorgehensweise ist es so, man guckt sich erstmal ganz entspannt dieses Rohmaterial an und dann schälen sich da die Sätze ganz automatisch raus, die funktionieren oder die Momente, die lustig sind. Und dann gibt es aber Szenen, die haben das gar nicht. Da gibt es nicht den einen Satz oder den einen Blick, und den man dann alles andere drumherum schneidet, weil der die Szene trägt, sondern dann ist die irgendwie mittelmäßiger geworden oder keine Ahnung oder hat nicht so viel Dampf und dann musst du das versuchen künstlich zu erzeugen. Also teilweise, indem du Sätze bastelst, die so nie gesagt wurden. Du legst einfach, du schneidest dir aus unterschiedlichen Versatzstücken von Sätzen, die gesprochen wurden, einen neuen Satz zusammen. Das mache ich bei dem Podcast übrigens auch. Red weiter. Ich merke schon, wie du im Kopf auch parallel schon schneidest. Und baust dir dann daraus die Folge zusammen. Manchmal muss man es auch technisch, weil irgendwelche Informationen zu spät kommen. Es gibt eine Folge in der dritten Staffel, da geht es um ein thailändisches Au-pair und in der Einführung der Figur, die ist nicht dabei, da reden die Leute über dieses Au-pair-Mädchen und dass die aus Thailand kommt, aus irgendeinem Grund, wurde nie gesagt am Anfang. Das ist ein fette Zuschauer eigentlich in der Szene nicht. Er muss es aber erfahren. Und dann sagt Fahri einmal was von einer Thai-Maus. Und das hat er nie gesagt. Sondern irgendwann aus dem Wort Thailand aus einer anderen Szene und Maus, einfach Thai und Maus zusammengeschnitten, damit am Anfang einmal klar ist, wo die herkommt. Und das musst du halt auch machen. Und das ist irre kompliziert, aber das versetzt mich in so einen Rausch, weil es für alles immer eine Lösung gibt. Du findest irgendwo immer das eine Wort. Weil du auch so viel Material hast. Und du findest auch immer einen Blick aus diesen 30 Minuten, der passt. Du kannst auch, wenn jemand eigentlich freudig reagiert hat auf einen Satz und gelacht hat und du merkst, eigentlich wäre toller, wenn der weint als Reaktion oder zumindest betrübt schaut. Und dann suchst du einfach irgendwo, wo hat er mal betrübt geguckt. Ah, hier. Und dann bastelst du eine ganz andere emotionale Verknüpfung. Und das ist, und dieses, dieses, diese unendlichen Möglichkeiten, die, die, die sind das Rauschhafte daran. Das, das macht so einen Spaß. Und woher weißt du, wann gut ist? Das ist auch wieder dann so ein intuitives Ding. Also es ist ja eine Mischung aus, du musst Informationen in die Szenen legen, damit der Zuschauer kapiert, worum es jetzt geht. Und gleichzeitig müssen die Szenen auch eben spannend sein. ich gucke es mir immer 20 Mal an. Ich gucke mir eigentlich immer, also jede Szene, wenn sie fertig geschnitten ist und versuche die immer aus verschiedenen Augen zu gucken. Ich gehe auch manchmal in einen anderen Raum und gucke mir eine Szene in einen anderen Raum, weil das macht was mit einem. Also was heißt mit anderen Augen gucken? Also ich stelle mir vor, wie würde mein Kumpel Stuck gerade das jetzt finden? Ich gucke mir das an und stelle mir vor, Stucki sitzt neben mir und versuche durch seine Augen mir die Szene anzugucken. Dann gucke ich sie durch die Augen von Daisy Rosemeyer, unserer Redakteurin bei ProSieben. Was würde die sagen? Versuche immer wieder die Szene mir anzugucken und sie immer wieder unter einem anderen Blickwinkel zu sehen und mir vorzustellen, was unterschiedliche Leute sehen und finden könnten. Und das funktioniert. Das ist ein Kniff und ich sehe, wenn ich versuche mit Stuckis Augen zu gucken, fallen mir andere Sachen auf, als wenn ich sie mit den Augen von Fahri gucke oder so. Weil Stucki, weil du weißt, also einerseits, du bist Schauspieler, kannst dich natürlich auch sehr gut in andere Menschen versetzen. Du weißt aber auch, Stucki als Beispiel ist sehr sprachlich unterwegs. Der würde sehr auf den Sprachrhythmus achten und Fahri würde sehr darauf achten, dass er möglichst gut aussieht. Ups, wie sind wir denn da drauf gekommen? Genau so ist es. Also Stucki ist, wenn ich sozusagen unter der Stucki-Brille mir eine Szene angucke, dann fallen mir Wortwiederholungen auf. Dann fällt mir auf, wenn einer, was ja auch manchmal passiert in der Improvisation, dass man Sätze sagt, die wie GZSZ klingen. Also weiß nicht, sowas wie ich hab dich unglaublich gern oder so. Das rutscht einem ja manchmal auch raus, dass man solche Sätze vermeidet. die Herangehensweise ist, dann eben unter diesen unterschiedlichen Blickwinkeln die Szene nochmal und nochmal zu gucken. Und dadurch sind die durch verschiedene Filter gegangen. Und dann irgendwann, wenn ich merke, weder unter der einen noch unter der anderen Perspektive fällt mir noch was auf, was man anders machen könnte, dann ist sie fertig, dann steht sie. Und deshalb dauert das so wahnsinnig lang. Das ist ja super. Das ist ein feuerer geiler Trick, finde ich. Also das ist wirklich also natürlich mega anstrengend, weil dann plötzlich ist die zwanzigste die blöde Kuh, die dann irgendwie sagt, aber die Mütze ist schief. Der letzte Blick ist immer der meiner Mutter. Ernsthaft? Ja, und wenn ich dann, naja, also oder jemand, der keinen Zugang zu dem Format hat. Also der letzte Blick ist immer der. Ich dachte gerade, oh, keine. So, jetzt kommt die Tür auf, jetzt kommt Mutti. Da würde die sich jetzt echt schämen. Oder da würde sie sagen, was machst du da? Mach den Fähr, mach das aus oder so. Das ist immer noch auch ein Kontrollmechanismus, unter dem ich das beurteile. Und das ist dann gut? Ja. Also ist dann auch gut, wenn Mutter zum Beispiel oder, ja, nehmen wir mal Mutter, sagt, das ist ja furchtbar. Ist das dann die Reaktion, die du dir, also du stellst dir nur noch vor, Mutti soll eigentlich. Ganz so schlimm ist es nicht. Also es steckt nicht dahinter, dass ich Jerks mache, um meine Mutter zu erschrecken. Ich meine auch nicht. Also das könnte jetzt auch, weil das macht sie auch, wir hatten, du hast erzählt, dass du bei Wima vom Podcast warst und Maria zum Beispiel Jerks nicht gucken kann, weil sie sich zu sehr schämt. Also weil das Gefühl irgendwie für sie zu hart ist, wie auch mit Gruselfilm zum Beispiel. Und das ist ja auch etwas, was du auch mit erzeugen willst. Das heißt, du setzt dann in deinen 20 Leuten auch jemand hin, du setzt dann, könntest auch eine Maria hinsetzen. Der sich leicht schämt. Könnte auch Maria hinsetzen, schaut meine Mutter, genau. Okay. Um mir dann vorzustellen, haben wir jetzt diese Grenze überschritten. Ich merke aber, dass ich da immer weiter abstumpfe. Also dass ich, dass ich oft überrascht bin, in welchen oder an welchen Momenten Zuschauer wie Maria sich abwenden und nicht hingucken können. Dass du diese Grenze versetzt. Ja, das merke ich schon. Dass ich da abgestumpfter bin als viele andere. Und oft überrascht bin. Echt, da hast du dich geschämt. Bei dem Moment finde ich es auch wirklich überraschend. Ich finde, das ist ja ein bisschen, also die neue Staffel, gar nicht, also die hat für mich nicht diese Schäm-Klopper. Ja. Sondern das ist viel leiser, viel subtiler, viel mehr das Zwischenmenschliche. Also das fand ich, das hat mir total gut gefallen, weil das dadurch nochmal eine neue, weil man jetzt nicht auf Swimmingpool oder irgendwas wartet oder Katzenklo, sondern es gibt irgendwie ganzes, das ist viel schwieriger, auch heute, und was passiert, und ich so, kann ich ganz schwer, sagen. Also so, natürlich hat man auch ein paar Worte Tod und Krebs und so weiter und so fort, aber es sind nicht, es sind viel mehr die, ich fand es ganz toll, wie eure Beziehung, Fahri und deine, wie so das Freundschaftliche, da so, also auf eine ganz, das resoniert noch nach bei mir, fand ich ganz, ganz toll, dass es so anders war und auch nochmal eine neue Ebene bekommen hat und eben nicht so ein Holzhammer-Shame ist. Hast du das, kannst du das nachvollziehen? Ja, ja, weil das, dieses Effekt, hascherische, es mich dann auch nervt, oder wenn ich mich dabei ertappe, jetzt wieder eine Szene zu bauen, in der was Krasses passiert und dann schweigen alle, dann wird das auch so redundant und dann ist es irgendwann wie so ein, wie so eine Formel auch schon wieder, nach der du dieses Ding baust und mir war wichtig, nicht nur den Swimmingpool mit der Scheiße im Pool zu erzählen und weiß natürlich aber auch, dass es dann unter Umständen Zuschauer gibt, die sagen, wir hätten gerne mehr Kacke gehabt und so, aber das Schöne an Jerks ist, dass es ja nicht nur frei ist für den Schauspieler in der Improvisation, sondern das komplette Format kann, theoretisch können wir in der nächsten Staffel machen als Crime-Ding und Fahri begeht ein Verbrechen und wir müssen ihn beschützen, wenn er nicht in den Knast kommt oder so, es ist ja alles möglich, es ist nicht der immerwährende Scham-Schocker, weil eigentlich kannst du mit dem Format überall hingehen. Das wäre spannend, wenn jetzt plötzlich daraus so ein Tatort werden würde, so ganz und danach der Tatort, ach so, wir können ja auf das Licht verzichten. Wenn man so deine Sachen anguckt, sehe ich immer so eigentlich zwei Sachen, das eine ist so ein Format wie Mein neuer Freund oder Jerks, was frei crazy manisch fast schon ist und das andere seichter ist, aber wo man auch gleich merkt, okay, das ist ein bisschen kommerzieller und das ist ein bisschen klassischer. Sortierst du das selber auch so ein, dass du sagst, ja, jetzt habe ich hier diesen Irrsinn gemacht, jetzt muss ich mal wieder was anderes machen oder hier habe ich bei Jerks so viel Zeit reingesteckt, ich muss jetzt auch mal wieder ein bisschen Geld verdienen, jetzt muss ich mal wieder das machen. Pendelst du da so? Ja, aber das passiert organisch. Das ist nicht geplant. Da kommt ein Ankommen, weiß nicht, du hast ein Jahr mal keine eigene Idee, weil du vielleicht auch gerade Kinder auf die Welt gesetzt hast und die dich einnehmen und dann fällt dir nichts ein und dann hast du vier, fünf Drehbücher auf dem Schreibtisch liegen und denkst, welches ist denn das, welches ist denn am besten bezahlt? Und dann nimmst du das und einfach, weil du auch weißt, du musst natürlich auch Geld verdienen. Und es geht eher darum, das auszutarieren, zu sagen, man kann jetzt aber nicht plötzlich so ein Dödel werden, der alles macht, sondern die Lust darf ja nicht verkümmern und auch der eigene Anspruch, da musst du mal auch, und dann kann plötzlich so ein Jerksding um die Ecke, wo auf einmal wieder die Lebensgeister angingen und man nicht aus Geld verdienen Interessen herausgebracht hat, das mache ich jetzt, sondern im Gegenteil, ich habe für Jerks ja unglaublich viel abgesagt und mich in das Projekt reingehauen und schneide dann sechs Monate da ran und derzeit kann ich keinen Film drehen, das ist durchaus auch eine Investition. Das hat man ja, das ist genau das, dass man eigentlich, bist du ja, würde ich mal behaupten, eigentlich ein viel zu teurer, Cutter. Also, wenn man es jetzt, wenn man mal so eine Cutter-Gage nimmt und eine Christian-Ulm-Schauspieler-Gage ist, die glaube ich, könnte ich mir vorstellen, da ist ein kleines, bisschen was dazwischen. Warum machst du es trotzdem? Also, weil ich diesem Rausch nicht widerstehen kann, diesem eben schon beschriebenen Rausch der unbegrenzten Möglichkeiten, das da nachts zu sitzen und das zusammenzuschrauben, das macht mich einfach froh. So, ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als das. Du musst mit niemandem lange diskutieren, du musst es auch nicht mal formulieren, das mag ich auch so daran. Die Schwierigkeit beim Drehen ist ja auch oft eine Idee, die man hat, eine Vision, anderen zu vermitteln. Auch im Text zu sagen, warum man jetzt vielleicht was doch anders spielt, das ist unglaublich schwierig. Die Worte dafür zu finden, das ist ja erstmal immer nur ein Gefühl und das auszudrücken, einem anderen zu sagen, was ich meine und das erst auch versteht, das erlebe ich, empfinde ich als schwierig. Im Schnitt aber, wenn du da alleine sitzt, kannst du rein, du musst keine Sprache finden für das, was du da tust. Du kannst einfach deinem Gefühl folgen und ohne, dass du dir selber erklärst, warum du jetzt gerade, weiß ich nicht, einen Satz rausnimmst und einen anderen Satz da rein baust oder was auch immer, es einfach machen, weil du das Gefühl hast, du hast es richtig so jetzt. Du musst es aber niemandem erklären, du musst es jetzt nicht formulieren, warum du diesen Schritt gehst, sondern du machst es und dieses rein gefühlige Arbeiten, das kriegst du so schnell nicht woanders. Und ich glaube, das macht daran auch so einen Spaß. Das ist dann die Idee. Kommunikation fällt mir. Weniger Kommunikation. Ja. Dann frage ich mich, also es gibt ja öfters auch den Vorwurf des, ah, guck mal, jetzt macht jemand eine Werbung, jetzt macht jemand dies, jetzt spielt jemand eine seichte Rolle und das meine ich jetzt auch gar nicht nur auf dich bezogen. Ja. Ich dachte aber auch, und auch wenn ich meine eigene Arbeit angucke, dann merke ich auch, dass es für mich voll wichtig ist und da geht es gar nicht um finanzielle Sachen, sondern auch diese anderen Sachen zu, also Sachen zu machen, wo es dann einfacher, geordneter ist, wo es auch mehr Geld zu verdienen gibt, damit ich diese anderen Sachen aber auch so wertschätzen kann. Also wenn ich jetzt ein ganz, also ich liebe, also ich könnte eigentlich am liebsten wirklich den ganzen Tag Podcast aufnehmen, mich mit Leuten unterhalten und es auch danach schneiden. Aber ich habe auch gemerkt, in der Zeit, wo ich, weil ich Auszeit gemacht habe, musste ich ganz viel vorproduzieren, ging es mir echt irgendwann auf den Senkel. Und ich fand es dann schön, wieder eine Pause zu machen, was völlig anderes machen zu können, um mich dann auch wieder daran zu erfreuen. Kennst du das? Ja, das kenne ich. Und ich kenne es auch, diesen Spaß daran, wenn so Sachen so big und shiny sind. Das ist auch immer ganz nett. Also weißt du, wenn du dann auf eine Premiere gehst und dann ist da ein roter Teppich, wobei ich jetzt nicht der große rote Teppich-Fan bin, aber dass die Sachen so groß wirken sollen und daran mitzuwirken, was ich sonst nie habe. Also für Jerks freue ich mich, wenn wir das irgendwo auf den Server laden und Leute laden sich das runter und gucken sich das an. Ich brauche keine große Premiere oder irgendwas. Ich finde die Art, wie wir Serien konsumieren, sehr angenehm. Aber ich finde es dann eben als Ausgleich auch schön, so eine Kinopremiere zu machen für so einen Film und dann so eine PR-Tour, so eine Kinotour und so weiter. Es wirkt dir jetzt gerade auch so, dass du so ein gefühlt so ein perfektes Leben hast. Also nur in der Vorbereitung, dass du sagst, okay, da ist zum einen der kreative Spielkasten oder Hobbykeller, wo man irgendwie total durchdrehen kann. Auf der anderen Seite sowas wie Tatort, wo man gut Geld verdient und eine krasse Reichweite hat und dann aber auch gleichzeitig noch irgendwie Familienvater sein kann und das irgendwie alles zusammenzukriegen. Also das scheint so ein ideales Setup zu sein, wirkt es zumindest. Ja, aber das stimmt. Das ist auch eine ideale Situation zurzeit. Die ist aber ehrlich gesagt auch erst seit Jerks so ideal. Also vorher habe ich schon darunter gelitten, dass Jerks noch nicht da war. Also ich bin dann irgendwann auch in so eine Spirale geraten, wo ich auch merkte, ich werde auch setmüde, ich habe keinen Bock mehr. Wo ich mich frage, warum machst du das? Kann nicht sein, dass du jetzt diesen Film drehst, der dir nur so mittel gefällt, weil die Gage gut war. Das kann jetzt nicht ewig so weitergehen. Und irgendwann sage ich, einen Schauspielkollegen, der hatte eine, ich sage jetzt nicht wo und was, aber das wäre unfair, aber der kam ans Set und hatte überhaupt keinen Bock und hatte keinen Bock zu proben. Das kenne ich ja auch sehr gut und so weiter, aber er ließ das alle spüren. Gar nicht bewusst, sondern man merkte einfach, der guckt immer auf die Uhr und er will wieder los. Und dann noch einen Take und dann habe ich mich so in dem gesehen und dachte, das bist du noch, wenn du noch zwei Filme machst, auf die du nur so mittel Bock hast, dann bist du wie der. Du musst jetzt echt wieder gucken, dass du wieder was machst, was dich komplett beseelt, wo du hundertprozentig Lust hast. Und dann kamen Jerks um die Ecke. Und seither ist es recht ideal, ja. Und ist dann aber auch der Tatort super für Jerks, weil du weißt, naja, gut, nächste Woche fahre ich wieder nach Weimar und habe da auch mein Auskommen, habe da auch meine Ordnung und habe da auch so ein bisschen, triffst deine sehr gute Freundin Nora und so weiter. Also hilft das dann auch wiederum, also in diesen, ja, dass du das auch wiederum genießen kannst, Jerks zu machen. Genau, das ist das, was ich eben in den Kinopremier, das trifft auch auf den Tatort zu. Also in erster Linie ist es, Nora wiederzusehen und überhaupt in diesem ehrwürdigen Tatort mitzuwirken und aber auch immer wiederzusehen, ach guck mal, das haben wir alles bei Jerks nicht. Herrlich, wir haben keine Marken da kleben und wir machen auch keine Leseprobe vorher. Wie schön, aber in einer Leseprobe zu sitzen und zu wissen, habe ich aber jetzt nicht mehr ununterbrochen. Habe ich jetzt einmal hier, ist ganz okay, aber ich muss nicht jetzt für den nächsten wieder auf eine Leseprobe vorher, um das wertzuschätzen, was man sonst macht. Ja, tut der Tatort ganz gut. Ist ja auch, also ohne zu spoilern, die Endszene bei Jerks ist ja auch sozusagen das Austesten des anderen Gartens, wenn man so will, um festzustellen, unter Umständen, dass der eigene Garten doch vielleicht schöner ist. Vielleicht schöner ist. Es gibt auch in der, ich glaube, dritten Folge eine Tatortbegegnung mit Nora. Ja. Wo wir zusammen drehen, die auch angelehnt ist an reale Momente, die wir miteinander im Tatort hatten. Die auch so ein bisschen aus dieser Richtung kommen, genervt ankommen und, oh, wieso müssen wir es wieder proben und so weiter. Nora hingegen probt ja gerne. Also die ist ja, die ist ja da, die orchestriert ja gerne, die choreografiert auch gerne. Die hat ja richtig Spaß daran. Vielleicht heute Geburtstag. Stimmt, heute Geburtstag. Müssen wir gleich mal gratulieren. Du hast sehr früh deine eigene Firma gegründet, gefühlt sehr früh, also dass du dein eigenes Ding machen kannst mit Ulm TV. War das dann Ulm TV die Produktionsfirma? Ja, TV hieß das Web-Ding und Television heißt die Firma. Also ja. Und war das ein Weg, schnell und früh dein eigenes Ding machen zu können? Ja. Das war damals, das war glaube ich 2009. Da hatte mich genervt, dass mein neuer Freund zum Beispiel auf ProSieben ja so eine Mittelquote hatte und die Quote stimmt nicht und so. Und du ja beim Sender, also im Klassisch Linie an Fernsehen davon abhängig bist, dass die Quote stimmt. Und ich spürte aber, dass die Leute, mein neuer Freund im Netz mit unendlichen Abrufzahlen damals, dann hat Brainpool das irgendwann glaube ich alles wieder gelöscht, weil die die Rechte daran hatten. Aber es wurde wahnsinnig oft geguckt, öfter als im Fernsehen. Und ich dachte, warum nicht gleich dann ins Netz gehen und dann habe ich dieses Web-TV-Portal mit Kumpels betrieben, wo wir einfach mit meinen neuer Freund Figuren so Sachen gemacht haben. Einmal die Woche glaube ich, dann lief dann irgendwas. Genau. Und was ich aber unterschätzt habe ist, wir waren so größer und wahnsinnig zu glauben, dass sich da so ein Netzwerk generiert. Aber die Leute kamen auf unsere Seite, wenn wir was Neues hochgeladen hatten und wenn da nichts war, war auch niemand mehr auf dieser Seite. Es wäre glaube ich, retrospektiv betrachtet, schlauer gewesen, man hätte einfach einen YouTube-Kanal aufgemacht mit den Sachen. so nervig teuer einen eigenen Player zu aktivieren und den dann zu vermarkten kompliziert. Das war nicht richtig, das hat sich nicht lange getragen. Hast du manchmal das Gefühl bei deinen Sachen, die du so machst oder gemacht hast, dass du manchmal so ein, zwei Jahre zu früh mit der Idee da warst? Ja, oder zumindest nicht mit dem richtigen Durchblick. oder vielleicht auch zu eitel. Also der Grund, warum wir damals keinen YouTube-Channel aus OMTV gemacht hatten, sondern einen eigenen Sender, war, weil wir eben dachten, wir hängen uns doch nicht an so einem Konzern daran, das machen wir natürlich selbst. So eine seltsame Statussymbolgeschichte, weil das auch einen da gehemmt hat. Ja, aber das klingt immer so, ich war vor meiner Zeit, das klingt immer so, das haben ja viele andere auch gemacht damals, die haben es halt schlauer gemacht, die sind halt gleich auf YouTube gegangen. Es gibt im letzten Stuckrad-Barre-Buch gibt es ein wunderschönes Porträt über dich. Du kennst das nämlich an? Ja. Ja. Und da geht es darum, dass er ist am Anfang dabei und beobachtet dich, wie du in der Firma bist und wie du sozusagen, man könnte sagen, Schwierigkeiten hast am sozialen Miteinander. Und ist dir das, ist das wirklich so gewesen? Also das, er beschrieb ja, dass ich in die Firma gehe und dann in so einer Mischung aus Hausmeister-Zonen und wie er da gestaltet mit den Kollegen spreche. Das stimmt, ist aber in dem Fall nicht wirklich einer Soziophobie geschuldet, sondern weil man natürlich in so einer Firma, das klingt ja auch so, das sind ja vier Leute gewesen. Man sieht sich, eigentlich waren wir Freunde, Kumpels, die da jeden Tag miteinander rumhängen. Und unter Leuten, die man jeden Tag sieht, entsteht irgendwann wie bei Teenagern so eine eigene Sprachdynamik. Er stellt eine Stimme oder sagt einen komischen Spruch und wenn dann einer wie Stuckrad dazukommt, wirkt es erstmal sonderbar. Und er konnte das dann einfach meiner, meinen sozialen Schwächen zuschreiben, die er sicher auch richtig beobachtet hat. Aber in diesem speziellen Fall, der Umgangston in der Firma, der hat nichts damit zu tun, weil ich vor den Leuten in meiner Firma mich nicht unwohl fühle. Im Gegenteil, das hatte immer was sehr familiäres, da war ich echt immer gern. Ich sag wahr, weil wir das in der Form jetzt nicht mehr haben. Durch Jerks, die ich in einer anderen Firma mache, ist diese Firmensituation jetzt eine andere. Aber das war, da habe ich mich eigentlich immer wohl gefühlt. Aber Stucki hat das Szenario genommen, um Situationen stellvertretend für andere Momente zu beschreiben. Also hat die Situation stellvertretend für andere Momente, in denen ich tatsächlich so agiere. Und jetzt hast du Produktion ist ja an ein Studio Hamburg übergegangen, ne? Genau, die haben Firmanteile gekauft. Ich habe mit denen ein sogenanntes Joint Venture dann irgendwann gegründet. Bin dann aber ehrlicherweise so sehr in Jerks reingerutscht und Jerks ist keine Produktion meiner Firma, weil einfach die dänischen Rechte von einer Firma, die heißt Taipa, gekauft wurden und nicht von uns. Und die hat mich damals ursprünglich ja nur als Schauspieler angefragt und dann ist das alles immer größer und immer mehr geworden. Jedenfalls bin ich so meiner eigenen Firma mehr oder weniger entglitten durch Jerks. Und kannst du dann aber, ich habe lustigerweise habe ich dann gestern irgendwie auf die Webseite geguckt und dachte, na gut, da ist jetzt nicht mehr so viel los. Kannst du dann gut auch wirklich, also man könnte ja so eine Seite auch abstellen, man könnte auch sagen, jetzt den Blog, den brauchen wir jetzt nicht mehr. Aber kannst du denn dich auch gut so loslösen und kannst du sagen, jetzt ist das, das war's? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, ich glaube, diesen Blog gibt es auch nur noch aus Versehen, weil den einfach nie einer abgeschaltet hat. Ich habe auch so Tiefigkeiten nicht mehr drauf geguckt. Das Jerks ist eigentlich das, was mich so vereinnahmt, dass ich auch gar keine Zeit habe, melancholisch zu werden. Ich neige eigentlich schon dazu. Als ich damals, als ich die Grundschule verlassen hatte, war ich lange traurig. Als ich überhaupt von der Schule hinweg war, war es auch natürlich toll, aber auch irgendwie traurig. Ich neige eigentlich eher zur Melancholie, aber ich glaube, ich bin jetzt so abgelenkt, dass ich darüber kaum nachdenke, was mit der Firma ist und den Sachen, die wir da gemacht haben. Und diese, mein neuer Freund, die Figuren und so weiter, bist du da, liegen die jetzt irgendwo, kommen irgendwann wieder raus oder ist das auch wirklich, das habe ich jetzt am Ende für 20 gemacht und ist jetzt irgendwie auch mal, reicht auch mal. Total, das ist abgeschlossen. Auch das ganze Thema in Verkleidung auf die Straße zu echten Menschen zu gehen, das habe ich irgendwann nochmal gemacht vor zwei Jahren. in einem anderen Kontext und ich habe echt gemerkt, das ist durch. Ich habe das Gefühl, das habe ich so durchgespielt wie ein Computerspiel. Also ich weiß einfach auch zu genau, welche Knöpfe man drücken muss bei Leuten, damit die genervt reagieren und so. Ich finde das nicht mehr spannend. Das ist echt durch. Bist du da jetzt, dadurch, dass du jetzt bei Jerks zum Beispiel auch dich selbst spielst, bist du da einfach so, ist das das neue Level auch? Ja, nicht, dass sie sich selbst spielen, eher diese, nee, ist ein anderes Spiel. Ich habe einfach ein anderes Spiel eingelegt. Es ist einfach ein ganz anderes Ding. Es ist nicht mehr in die Realität gehen und es ist einfach neue Situationen zeichnen, andere peinliche Momente mit der Fiktion zu erzählen. Bislang, früher musste das immer alles echt sein. Leute, es mussten echte peinliche Situationen sein. Inzwischen genügt die Fiktion, ist auch ein bisschen altersmilde oder so, aber ich mag das, das jetzt zu inszenieren. Was ist das, also was ist das Faszinierende an Scham? Dass sie ja eigentlich so sinnlos ist und so egal, dass wir uns so einen Kopf darum machen, wenn ich Angst davor habe, vor dem Auto überfahren zu werden, hilft mir diese Angst, weil ich einfach, also wenn ich Angst vor einer Ampel habe, vor einem Auto dann hilft mir das, weil ich dann aufpasse oder Höhenangst hilft dir, dass du nicht leichtsinnig den Kölner Dom hochkletterst oder so. Aber Scham, also diese Angst, sich zu blamieren, die nützt ja niemandem. Die ist ja komplett Man könnte natürlich sagen, Scham ist gut für das Miteinander, damit sich niemand daneben benimmt, damit keiner laut am Tisch rülpst und so. Aber das, man kann ja auch einfach nicht rülpsten und sich trotzdem nicht schämen. Also eigentlich ist Scham ein sinnloses Gefühl und das macht es auch so lustig. Deswegen rede ich so gern darüber oder deswegen habe ich so einen Spaß daran, schamvolle Momente nachzuerleben, weil sie letztlich nur dazu taugen, Komik zu erzeugen. Das ist ja komplett lächerlich, Angst davor zu haben, dem Kellner zu wenig Trinkgeld zu geben oder so. Oder das ewige Lügen aus Angst davor, einen falschen Eindruck zu erwecken. Warum sage ich nicht, ich habe keine Lust, heute auf deine Party zu kommen? Warum sage ich, nee, ich muss die Kinder ins Bett bringen? Das finde ich so spannend an Scham, dass ich mich immer frage, wozu, warum das alles? Du fragst das ja auch in einer Folge, du fragst ja auch so, ja, warum schämen wir uns eigentlich? Ja. Warum? Ich glaube, dass das wie bei fast allem mit Erziehung zu tun hat. Also damit, dass du halt früh gelernt hast, es ist eine Katastrophe, wenn du irgendwo eingeladen bist und du weißt nicht, wie man richtig mit Messer und Gabel isst. oder du machst einen doofen Witz und keiner lacht. Oder auch, ich weiß nicht, Lehrer, die einem, weil man irgendwie anders ist in der Schule, weil man vielleicht schweigsam ist, hatten wir auch eben drüber gesprochen, sagen, es geht gar nicht, dass du im Unterricht immer nie was sagst. Es ist der Drang, etwas richtig machen zu wollen, von dem man immer gelernt hat, dass das Gegenteil dessen falsch ist vielleicht. Keine Ahnung, wo das herkommt. Weißt du, wo es bei dir herkommt? Ich meine, du beschäftigst dich jetzt seit, Jahrzehnten mit dem Thema, könnte man sagen. Ja, ich glaube auch schon daher. Ich bin in Hamburg Marienthal aufgewachsen und da waren wahnsinnig viele, auch konservative Kinder schon an unserer Schule, also so Hockey-Mädchen mit so Perlenohrringen und so weiter. Und das Thema, wie kommt man rüber, wie wirkt man, was darf man vor anderen Leuten und was nicht, das war extrem präsent. Stimmt die Geschichte, dass du dann auch behauptet hättest, deine Mutter hat ein Alkoholproblem? Ja, ja. Irgendwann habe ich natürlich mit 16 entdeckt, dass das eben auch sehr lustig ist, wenn man das mal so bricht. Ich glaube, meiner Schwester ging es auch so. Also den Charme zurückzugeben? Genau, ja. Also so Angriff. Ja, und auch, um sich selber da raus zu befreien und ich spiele jetzt nicht mehr mit, ich sage jetzt mal, trinke nicht so viel Mutter, während sie so die Getränkekästen ins Auto lud und die Nachbarn das hören konnten. Meine Schwester hat sich auch mal eine Glatze schneiden lassen, wo dann ganz viele ihrer Mitschüler fragten, ob sie Krebs habe und so. Ich glaube, das waren alles so Versuche, aus diesem Ding da rauszubrechen. Aber das ist, keine Ahnung, woher das mit der Scham kommt. Vielleicht ist es auch einfach nur Spaß an der Komik, die das mit sich bringt. Was habt ihr so für ein, was habt ihr, was für ein Familienbild bist du aufgewachsen? Das tatsächlich gar nicht, wie es jetzt, man ist jetzt vielleicht vermutet, irgendwie katholisch, sondern mein Vater war viel da. Wir hatten sehr emanzipierte Eltern. Meine Mutter hat gearbeitet und wenn sie da war, hat sie für uns gesorgt und genauso hat es mein Vater gemacht. Es gab zum Beispiel kein klassisches Mann-Frau-Ding bei uns. Meine Eltern waren auch immer grün und es gab keinen Fernseher und all das. Ja, das waren so die Bilder. Kannst du dich noch an den ersten richtigen Ärger erinnern, den du hattest? Also so den... Als meine Mutter eine Haschpfeife gefunden hat, in meinem Zimmer, und sie mit dieser Pfeife in der Tür stand, im Türrahmen, und fragte, ob wir nicht mal zur Drogenberatung wollen. Weil sie einfach keine Ahnung hatte. Das war für... Sie dachte halt, ich bin jetzt in zwei Wochen am Hauptbahnhof mit einer Nadel im Arm. Das war... Für meine Eltern war das ein Thema, das war extrem weit von entfernt und hatten nur so seltsame Bilder und Gerüchte im Kopf. Und das war aber nicht Ärger, im Sinne von, na, das soll man nicht machen, sondern das war deshalb so gravierend, weil ich wirklich eine ganz unmittelbare, echte Sorge spürte. Also wir haben ab und zu mal gekifft, in Freistunden, bei mir in meinem Zimmer, weil ich unweit der Schule wohnte. Und meine Eltern haben das nie gepeilt. Und ich habe mir gedacht, toll, weil die einfach nicht an sowas dachten. Die haben es nicht mal gerochen. Man hätte es eigentlich auch riechen müssen. Aber als sie diese Pfeife fand, die konnte sie irgendwie zuordnen, da hat sie dann gesagt, wollen wir nicht mal zur Beratung. Und das ist viel schlimmer als jeder Ärger, den man kriegt im Sinne von, hey, Fensterscheibe eingetreten beim, mit der Schwester kämpfen. Sondern diese Sorge, das war ätzend. Und ihr seid dann hinzudrungen? Nein, wir sind nicht zur Drogenberatung. Und ihr habt dann Ausschnitte aus Zeitungen ihr immer gegeben, wo Leute eben darüber, Journalisten referierten, dass es auch Länder gibt, in denen man überlegt, Cannabis zu legalisieren. Und habe versucht, denen das auf dem Weg zu erklären, dass das jetzt keine Katastrophe ist. Wie alt warst du? 16. Das war dann das erste Mal richtig Blödsinn machen? Nee, Blödsinn machen nicht. Aber im Sinne von Ärger, als du mich Ärger fragst, was war Ärger? Das andere Blödsinn machen war, meine Eltern haben eigentlich den krassen Blödsinn nie wirklich mitgekriegt. Das haben wir immer so geschickt gemacht, dass die das nicht davon wirklich erst jetzt erfahren, wenn ich das irgendwie in Interviews erzähle, was wir gemacht haben. Und Ärger gab es im Sinne von rumschimpfen. Aber richtig eindrucksvoll war die Reaktion auf den Haschisch-Konsum. Wie machst du das jetzt? Du bist Vater. Gibt es so eine Art, also willst du mehr das Bild, was du erlebt hast, weitervermitteln? Oder willst du ein eigenes Bild vermitteln? Also wie sehr hat sich so deine eigene Kindheit geprägt, wo du sagst, oh, das war gut, das will ich jetzt weitergeben. Also es gibt so die ganz klassische, als Beispiel, man ist selber im Dorf aufgewachsen, kenne ich von vielen Freunden hier in Berlin, die dann sagen, oh, jetzt haben wir ein Kind, jetzt ziehen wir raus nach Brandenburg. Weil ich bin ja auch im Dorf aufgewachsen. Und vergessen dann, dass da andere Menschen auch sind. Wie ist es bei dir oder bei euch? Hast du da viel mitgenommen oder kriegst du da eher neue Sachen? Beides. Ich habe mitgenommen, dass man als Vater auch Windeln wechseln kann und dass das nicht anrüchig ist. Obwohl einem das, finde ich, immer noch auch gespiegelt wird. Also ich weiß noch, als meine Tochter klein war, haben ganz viele Kollegen, wenn ich dann in Meetings abgesagt habe, die jetzt irgendwie, weiß ich nicht, schnupfen, dann haben wir echt, das ist aber nett, dass du das deiner Frau abnimmst. Also das ist immer noch, erlebe ich ganz oft an Reaktionen, was Besonderes. Und das fand ich wirklich seltsam, weil ich so nicht aufgewachsen bin. Für mich war das nie ein Thema. Auf der anderen Seite sind wir heute, glaube ich, viel aufgeklärter, was so Psychologie betrifft. Also dadurch, dass so viele heute auch in Psychotherapie gehen und das nichts ist, was irgendwie, was man geheim hält, habe ich das Gefühl, dass wir im Gegensatz zu unseren Eltern irgendwie zu sagen, wie was machen wir, wenn Kinder wütend werden oder wie gehen wir um mit dem Thema, dürfen wir fern sind oder so, dass wir heute als Eltern eher in der Lage sind, auf Augenhöhe mit unseren Kindern zu kommunizieren. Es gibt ja auch heute noch Leute, die das total doof finden und sagen, wie soll das denn gehen auf Augenhöhe? Weil die sind ja noch so klein und dumm. Aber ich glaube, da ist eine andere Bereitschaft heute da, als früher, sich selbst auch zu reflektieren im Umgang mit dem Kind. Also früher war es immer, wir sind die Eltern, wir sagen, was du zu tun und zu lassen hast und wir sanktionieren auch und wir strafen auch. Und heute ist es ja eher, wenn das Kind wütend ist, dass man sich als Eltern überlegen soll, warum ist es gerade wütend, die Wut auch nicht sofort zu Maßregeln, sondern sie erst mal passieren lassen. Und ich glaube, da sind wir heute viel bewusster und machen ganz viel anders als unsere Eltern. Und das ist auch gut. Liest du dazu viel? Oder wie machst du das? Ich habe immer das Gefühl, eigentlich weiß ich immer alles und weiß gar nicht, woher. Man hat so viel, wenn du Radio hörst oder das Thema ist so präsent, wie man Kinder erzieht. Man hat natürlich, wenn man Kinder hat, auch ein Ohr dafür. Aber ich habe noch nie einen Erziehungsratgeber gelesen. Wahrscheinlich lese ich das immer in Frauenzeitschriften beim Arzt. Ich habe keine Ahnung, wo das herkommt. Und tauscht du dich mit anderen? Ja, ich glaube, das ist es. Aus? Ja, der Austausch mit anderen Müttern und Vätern. Und da auch, also bei der Witz, das kennen wir so als Eltern, dass es da gern, naja, dass man auch, dass das über Probleme reden, also wir mussten ganz oft den ersten Schritt machen. Also so an, wenn man sagt, okay, das wissen wir gerade überhaupt nicht, wie wir das hinkriegen sollen, weil das und das passiert. und wenn man es dann tut, also mein Sohn hat mich die ganze Zeit lang immer gebissen, super brutal. Wie alt war der da? Da war er drei. Okay. Und wohin? Hier am Arm. Immer gebissen. Immer gebissen. Aus Spaß, aber lachend? Nee, schon auch. Also gut, sauer beißen. Und ich hatte irgendwann die Situation, das weiß ich auch, da war ich in München, hab einen ganz alten Bekannten wieder getroffen und der hatte so einen blauen Fleck und sagte direkt hier, mein Sohn hat mir da eine gehauen. Und ich so, krass, Wahnsinn und so. Und dann hat er darüber gesprochen und dann erzählt er auch, dass er auch krasse Wutattacken erfährt von seinem Sohn. Und ich hab's dann auch erzählt. Und dann war das total heilsam, auch darüber zu reden, und seitdem sind wir da auch als Familie viel, viel offener auch zu sagen, so das kriegen wir gerade überhaupt nicht hin oder das passiert und so weiter und so fort. Und damit haben wir, so haben wir das hingekriegt und es gibt ja auch diese ganze, das hatte ich auch irgendwann nicht, also dieses, ach schläft der immer noch bei euch im Bett? Und dann so, ja, tut er. Und oh Gott, nee, da musst du auf jeden Fall was machen. Also wir haben das so gemacht, wir haben den dann so bei uns und dann und so und die Tür zu und dann auch zuhalten und so weiter und so fort. und das da mal so. Und wir haben dann mit einer Familientherapeutin drüber gesprochen, die meinte, naja, was glauben Sie denn, was passiert, wenn er bei Ihnen im Bett schläft? Wissen wir nicht? Ja, nichts Schlimmes. Also es ist ja nicht, er wird ja nicht irgendwie ein Verrückter, weil er bei Ihnen im Bett schläft, sondern im Gegenteil, er wird irgendwann nicht mehr bei Ihnen im Bett schlafen und dann werden Sie das sehr traurig finden. Also freuen Sie sich doch. Und es war natürlich super, dass das jemand sagt, aber das ist so diese, man weiß ja auch erst mal nicht, wie es richtig geht. Und sagt aber, wenn man jemand fragt, und wie ist es bei euch? Ja, ja. Also kennst du das auch? Ja, das kenne ich. Ich kenne aber auch die Bereitschaft, darüber zu reden und die, glaube ich, kannten unsere, also meine Eltern kannten das nicht. Ich glaube in diesem Ganzen, wir tun so, dass bei uns alles super ist, Ding, wo alle drin verhaftet waren, war diese Hemmschwelle noch viel größer als heute. Ich glaube, das gab es früher null. Also dieses auch, dass du so offen sagst, dann waren wir bei einer Familientherapeutin, der hätte doch vor 30 Jahren unsere Eltern, wenn die gesagt hätten, wenn wir bei der Familientherapeutin, das hätte doch sofort eine, Gottes willen, was denn bei euch los, Reaktionen vor Ort. Und das ist ja heute gewöhnlicher. Und da haben wir es, glaube ich, ein bisschen einfacher und erkennen dadurch auch Sachen besser. Und trauen uns auch, über die Bissspuren von unserem Kind zu sprechen. Klar ist das erstmal komisch, aber früher hätte, wenn der eine einen blauen Fleck hatte, er hätte nicht gesagt, das war mein Sohn, sondern hätte er mich gestoßen. Ja, ja, voll. Die Bereitschaft ist heute da und da haben wir es einfacher als unsere Eltern und machen deshalb auch ein paar Sachen vielleicht sogar besser als die. Du hast ein Jahr Pause gemacht, als deine Tochter gekommen ist, ne? Du hast so Elternzeit gemacht. Ja, ich habe es immer meiner Frau versprochen, aber letztlich ist in dieser Elternzeit ständig auch wieder irgendwas gewesen. Ich weiß nicht, meine Tochter ganz oft mit in Büros hatte, in Meetings mitgenommen. Das ist dieser Plan, den ich hatte, dieses hehre Ansehen, gar nichts zu tun, außer sich um das Kind zu kümmern, das hat nicht geklappt. Aber ich habe sie dann immer involviert. Ich habe auch schon sie mitgenommen. Ich weiß noch, ich hatte einmal ein Treffen beim RBB mit Kollegen vom Bayerischen Rundfunk. Es war wirklich ein großes, wichtiges Treffen und dann war meine Tochter krank und ich konnte aber dieses Treffen auf keinen Fall absagen und ich habe die einfach mit da hingenommen. War es ja voll okay, oder? Ja, und es war auch kein Problem. Ich hatte die ganze Zeit Panik. Ich dachte so, oh Gott, wie sind die da drauf? Und Bayerischer Rundfunk, und Gott, wie werden die das? Und dann, ach wie schön, ist die Kleine auch da? Und so. Und dann wurde sie einfach nebenan, durfte sie dann im Sekretariat vor dem Büro, in dem wir das Treffen hatten, durfte sie eine Stunde malen. Einfach da. Das war vollkommen okay. Das geht. Das funktioniert. Ja, das haben wir auch ganz oft. Das wird das so. Also man hat, das ist ja auch diese, ganz, also wir kommen auch gleich nochmal auf Scham, aber das man komischerweise, wenn ich an Scham denke, das habe ich heute früh auch nochmal so, das ist ja, wann, wann habe ich mich eigentlich so geschämt, ist es ganz oft auch in der Verbindung mit einem Kind, so dass man eben denkt, ja, dann kommt der dann mit in dieses Meeting und dann schmeißt der die Flaschen um oder so, oder ist irgendwie so, und dann denkt man, und dann ist es aber eigentlich bei uns nie passiert, dass da irgendwie was Blödes passiert ist, sondern eher so, und alle freuen sich, alle freuen sich, alle finden es total entspannt und haben gar keinen, das ist aber in einem drin und ich weiß auch nicht, vielleicht weißt du es, woher kommt das, dass man das denkt, gleichzeitig erinnere ich mich aber auch an den ersten Urlaub, fliegen, das Kind schreit und eine Frau guckt uns an und sagt, wie können sie das ihrem Kind antun? Ja, sowas. Dann denkst du, haben wir auch schon gehabt. Also du beschäftigst dich ja sehr, wir hatten ja schon so, sehr krass damit, woher kommt es, dass uns das so wichtig ist? Da möchte ja letztlich geliebt werden immer. Also ich kenne das zum Beispiel, wenn ich früher bei MTV bestimmte Bands oder Sänger scheiße fand und die kamen aber in meine Sendung und ich musste die interviewen und ich fand die furchtbar. Habe ich mir vorgenommen so und das lasse ich die nicht spüren, aber da stelle ich auch mal jetzt eine Frage, wenn, weiß ich nicht, DJ Bobo kam, da macht man sich auch ein bisschen über den lustig und dann kommt der und sagt einem erstmal, wie toll er die Sendung findet, die man macht und er sagt einem, dass er einen echt immer so gerne sieht im Fernsehen und ab dem Moment hatte ich überhaupt keine Lust mehr, mich über DJ Bobo lustig zu hören, weil es ist so einfach, du bist so korrumpierbar, weil ich fühlte mich geliebt von DJ Bobo und dann wollte ich ihm die Liebe zurückgeben und dann war in der Sendung nicht mehr mit Bobo kommst, sondern hey DJ Bobo, grüß dich, schön, dass du da bist. Und ich glaube, darauf lässt sich das alles zurückführen, auf das geliebt werden wollen und wenn du das kriegst, dann ist alles gut und diese Angst, davor nicht geliebt zu werden, ist vielleicht Scham. Und also du thematisierst das ja auch in der neuen Staffel, dass du sagst, das kann ja nicht, man muss auch mal Arbeit sein lassen oder man muss auch mal eine Arbeit einfach als Arbeit bewerten können und nicht nur, weil es eine nette Person ist. Das ist etwas, was mich total irritiert hat übrigens. Also diese Szene und was danach kommt um die Person, weil es da, das habe ich, weil es krass, wie kann ich es umschreiben? Also krass, es wirkte unverhältnismäßig, weil ich dachte, warum wird jetzt dieser arme Mensch, ich kenne ihn auch, der arme deutsche Autor, warum wird er so, warum wird es dann an ihm sozusagen, warum ist er jetzt DJ Bobo? Ja, ich glaube, das ist ein bisschen größer geworden, als es werden soll, diese Nummer und bei Jerks geht es ja darum, dass es eben nicht die Allgemeinplätze sind, es ist eben nicht DJ Bobo, sondern es ist, es sind immer die seltsamen alltäglichen Begebenheiten, die man nicht sofort auf dem Schirm hat. Es sind immer die Gedanken, die die dritten oder vierten Gedanken sind und es sollte hier auch nicht jemand hingerichtet werden, sondern es sollte eine individuelle Antipathie und die sind genau und auch Fahri diese individuellen Antipathien sollten geschildert werden und die sind ja oft überraschend, oft mag jemand irgendetwas nicht, was aber alle gut finden oder vielleicht das Gegenüber gut findet und ich oder wir wollten eben erzählen, es ist hier eine individuelle Antipathie gibt, die muss nicht von allen nach vollzogen werden und dann ist ja Konzept bei Jerks, dass die beiden Protagonisten immer die Idioten sind und wir finden nicht stellvertretend für den Zuschauer etwas doof, wovon wir uns vorstellen, das finden alle doof und jetzt sagen wir es mal für euch, sondern wir sind die Idioten, die den doof finden, den ihr alle gut findet und in diesem Konzept ist das entstanden und was ich spannend finde ist dieser Gedanke und das kommt aus diesem DJ Bobo Ding, jemanden bewusst nicht kennenlernen wollen, damit man sein Werk weiterhin hassen kann, aus der Erfahrung heraus, dass wenn man jemanden persönlich nett findet, entschuldigt man auch plötzlich sein Werk, fahrigen das so mit Helene Fischer zum Beispiel, er meinte, Helene Fischer ist die bezauberndste, tollste Person und seither findet er auch ihre Konzerte gut. Aber hast du nicht in dem speziellen Fall, kann man den Namen nennen? Von mir aus. Ja, also es geht um, es wird eine, es gibt eine Persiflage auf Micky Beisenherz und naja, also sie ist so, also Persiflage, also ursprünglich war es so, es sollte eine Figur kreiert werden, die die beiden doof finden, damit es dieses Thema Gewalt gibt, ich werde jetzt die Folge nicht spoilern, aber damit die Geschichte erzählt werden kann, erst stand die Geschichte und dann war die Frage, okay, aber welche Figur bauen wir jetzt da rein in diese Geschichte und ich erinnere mich an einen Facebook-Eintrag, da hat irgendjemand einen Gag gepostet, vielleicht war er das sogar, da ging es um Heidi Klum und darum, dass sie mit dem Tokio Hotel Kaulitz zusammen ist und der Gag war irgendwie, ich kriege den auch nicht mehr hin, ich kann immer Gags nicht so gut, irgendwas, die Benjamin Button unter den Models, also irgendwie ging es halt darum, die alte Frau und der junge Typ und dann hat Pega Ferredoni hat dann geschrieben, was macht ihr so Witze darüber, dass, das finden sie unerträglich, dass sobald eine ältere Frau einen jungen Typen hat, macht ihr so einen blöden Witz, kann man das nicht mal für sich stehen lassen, könnte ich einen anderen Witz machen, also müsst ihr damit schon wieder das Thema alter Mann, junge Frau, okay, alte Frau, junger Mann, nicht okay, Bild bedienen. Und dann gab es eine hochinteressante Diskussion unter diesem Post, auch unter Beteiligung von Micky Beisenherz, der dann zunächst sagte, naja, wir machen ja aber auch Witze über ältere Männer und junge Frauen, also Loda Matthäus und so weiter, wir machen über alle Witze, Männer und Frauen, darum ist es doch gleichberechtigt. Und dann schrieb Pega Ferredoni, ja, aber das ist ja was anderes, einen Witz zu machen über etwas, das gesellschaftlich akzeptiert ist, nämlich alter Mann, junge Frau, ist ja was anderes, als wenn du einen Witz machst über etwas, was gesellschaftlich nicht akzeptiert ist, weil dieser Witz ja in diese Kerbe einschlägt. Man hat also eine Verantwortung bei der Auswahl von Witzen und du kannst da nicht Gleichberechtigung in der Form walten lassen. Ihr habt eine Verantwortung, das finde ich eine wahnsinnig spannende Diskussion und die endete der Kollege Beisenherz mit einem Puss, in dem er schrieb, mein Gott, wir sind halt Autoren, wir machen halt Witze, das ist unser Job, also das war der Subtext, ich zitiere das nicht wirklich, das war der Subtext, wir machen halt unseren Job und dann kam dieser Satz und den fand ich so spannend, ob ich jetzt die Karawane, die hier an uns medial vorbeizieht, kommentiere oder nicht, ist doch am Ende auch egal und das fand ich so faszinierend, weil ich lange über diesen Satz nachdachte und mich fragte, was ist denn aber das Motiv für jemanden, diesen Job zu machen, also Dinge zu kommentieren, Witze zu erzählen, wenn er eigentlich das Narrativ bedient, ist es auch egal, also du machst etwas, von dem du eigentlich denkst, es ist wurscht, ob ich das jetzt mache oder nicht, was für ein Motiv könnte dann dann sonst dich beflügeln, niemand macht etwas, von dem er glaubt, es sei ihm egal, aber wenn sozusagen die Sätze, die da stehen, wurscht sind, dann kann es doch jemandem, der die Sätze aber trotzdem dahin schreibt, als Motiv, darum gehen, sich selber ins Gespräch zu bringen, das war dann so die Fantasie und so ist dann aus diesem Beisenherzen Satz und da tut man ihm sicher Unrecht, wenn man ihn nur darauf reduziert, weil es war ein Facebook-Kommentar, den hat er irgendwann mal da runtergeschrieben, aber daraus ist diese Figur gewachsen, die sozusagen die Öffentlichkeit sucht, aus dem Anspruch heraus oder aus der Idee heraus, berühmt werden zu wollen und wo aber egal ist, womit ich berühmt werde, ich mache Gags und die sind auch inhaltlich egal, ich hätte auch genauso gut in eine Boyband gehen können, ich hätte auch, weiß nicht was machen können, ich habe, ich kokettiere auch mit meinem Äußeren, also ich zeige auch, dass ich Muskeln habe und dass ich geil aussehe und mache auch Fotos, auf denen ich, einerseits könnte man es als Ironie des Instagram-Lifestyles deuten, aber es sieht auch schon ein bisschen geil aus auf dem Foto, so dieses Ding, plus ich mache Gags, aber die können auch, sind auch eigentlich egal, also was ist denn dein, warum bist du da, so, wenn egal ist, was du da kommentierst und warum und wie. Das war die Inspiration für eine Figur, die dann im Endeffekt vielleicht ein bisschen zu nah an der Inspiration liegt, aber eigentlich ging es nur darum, also eine Figur zu sehen, die gibt es in unserer Medienwelt ja oft, die den Job machen, um gesehen zu werden. Und wie befreist du dich in so einem Moment, ich meine, es ist ja klar, dass das wahnsinnig verletzend ist für die Person, also das ist, also wenn die Person das sieht, das ist, also ich habe mir das vorgestellt, was wäre, wenn ich jetzt da drin wäre, ich bin Fan von Jerks, wie er jetzt wahrscheinlich auch und man, und eigentlich will man ja wie Andreas Borani da vielleicht mal mitspielen und dann ist man aber derjenige, der nicht mitspielen darf und einer der wenigen, den man spielen lässt und es wird sich sozusagen, keine Ahnung, ich stelle mir dann vor, es gibt eine Szene, wo ich ein Interview mit dir führe, mit tiefer Stimme und so weiter und es wird sich irgendwie, es wird sich so, das wird ins absolute Nirvana gespielt. Ja. Wie befreist du dich in dem Moment oder kannst du dich befreien von dem Gedanken, dass das, weil alle anderen spielen sich ja, dass ihn das nicht total verletzt. Also einmal wollten wir ihn halt nicht einladen, weil wir ihn halt nicht nett finden wollen. Ich verstehe. Und diese Befreiung funktioniert, ich habe den ja gehört, er hat ja mit Oliver Polack so einen Podcast, wie du es auch gehört hast, da hat er das schon anklingen lassen, dass ihn das, also ich habe ihn darüber informiert, dass wir das gemacht haben, weil ich irgendwann so ein Interview las von Max Giesinger, der als er in Böhmermanns Eier-aus-Stahl-Rubrik vorkam, das nicht gesehen hatte und irgendwo anders war, im Ausland und morgens plötzlich auf dem Handy, lauter SMS hat er auf dem Stand, hey, nimm es nicht so schwer und der musste erst mal rekaptieren, was ist denn hier los? und ich erachtete es als einen Akt, von Freundlichkeit zu sagen, hey, da kommt bald was, wir haben da so eine Persiflage gemacht und so einfach, dass man da schon mal drauf vorbereitet ist. Habe dann aus dem Podcast erfahren, dass das aber uncool ist, man soll, dann Oliver, verstehe ich auch, vielleicht war es auch uncool, Oliver Polack nämlich sagte, eigentlich hätte er von ausgerechnet Bruder mal gelernt, dass wenn man jemanden doof findet und den verreist, dann sagt man ihm nicht Bescheid, dann findet man ihn einfach doof, dann muss man den ignorieren. Das scheint die Regel zu sein. Aber dieses sich davor schützen, dass einem das leid tut, wenn er verletzt ist, fällt mir hier eigentlich deshalb relativ einfach, weil das jemand ist, der die ganze Zeit austeilt. Also der die ganze Zeit auch andere verletzt. Der davon lebt, Witze zu machen auf Kosten von anderen. Irgendwann habe ich einen Instagram-Post von ihm gesehen, wo er über Menschen, die in der Fußgängerzone in Köln oder in irgendeinem Einkaufszentrum einkaufen gehen, sagt, man wünscht sich, dass die einmal bei DSDS in Recall kommen und dann in die Karibik abgeschoben werden alle und nicht mehr wiederkommen und so. Während aber das ja ein Publikum ist, für das er im Dschungel permanent auch schreibt. Ich finde, dass er sich auch in dem Bereich bewegt, von einem Meinung, einem Eindruck, so klar und so unverblümt rauszuhauen, dass das andere auch verletzen kann. Und wenn du dich in dieses Spiel begibst und das tust, dann musst du auch, und das ist so eine einfache Formel, wer austeilt, muss auch einstecken können, aber da ist ja was dran. Also das ist nicht einfach. Ich weiß noch, als ich meine erste MTV-Sendung unter Ulm machte, wurde die total von Stefan Niggemeier zerrissen. Aufs Übelste. Und ich war so verletzt und enttäuscht. Ich hatte in der Woche danach ein Interview mit Niggemeier und bin einfach nicht hingegangen, ohne abzusagen, weil ich den so gehasst habe. Und es war aber, da sprach ich dann lange mit meinem damals besten Freund und Kollegen, Jörg Dönberger, der mich immer noch befreundet mit drüber, der sagte, du kannst doch nicht eine Sendung bei MTV machen, dich da vorne hinstellen und die ganze Zeit erzählen, wen du alles scheiße findest und warum. Und wenn einer dich mal scheiße findet, dann bist du verletzt und heulst und winselst rum. Und das gilt, glaube ich, hier auch. Also ich glaube, wenn man sich, wenn man das macht und davon lebt und dauernd irgendwen in die Pfanne haut, dann musst du dich auch mal die Pfanne hauen lassen. Haben wir erklärt. Sehr lustig, dass sowohl Stefan Niggemeier als auch Micky Beisenherz in diesem Podcast immer wieder genannt werden. Also Micky auch schon mal zu Gast war. Und dass das so eine Rollen sind, die in irgendeiner Form den Mensch, den Künstlermensch, den Schaffenden irgendwie berühren. Und dass diese, Atze Schröder hat zum Beispiel auch erzählt, dass jemand wie Stefan Niggemeier seine Karriere mit einer Kritik wirklich verändert hat. Indem er gesagt hat, Seine Karriere. Seine Karriere. Der sagte, Niggemeier schrieb, Atze nervt. Atze hat es dann an seinem einzig freien Tag seit Jahren gelesen und dachte so, ja stimmt, ich mache einfach zu viel. Ich muss weniger machen. Er hat recht. Und so ist diese Kritik der Regisseur, die Mutter der Lehrer und so weiter und so fort. Also so, deswegen ist die dann doch auch irgendwie wichtig, dass es die gibt, weil die jetzt auch etwas verändert. Auf der anderen Seite lässt es einen auch nicht frei sein. Es ist so eine ganz komische, also diese Reaktion auf die Arbeit, die man so hat. Du schaffst dir das, also du schaffst dir auch deine Beurteilung, indem du dich in andere Menschen versetzt und dadurch kriegst du eine Klarheit über deine eigene Arbeit und das sozusagen im Blick des anderen entsteht, eine Beurteilung der eigenen Arbeit. Und das finde ich total faszinierend, dass wir da nicht, also so, nicht davon wegkommen. Ja, ich glaube, man kann aber davon wegkommen, dass es dich verletzt und zwar gibt es einen großartigen Satz von Sven Regner dazu. Ich kriege ihn nicht mehr wörtlich zusammen, aber der gesagt hat, die Welt schuldet dir nichts und du ihr aber auch nicht und du darfst dich nicht über gute Kritiken freuen und dann musst du dich auch über schlechte nicht ärgern und das habe ich mir extrem zu Herzen genommen. Also das befolge ich und seither, wenn man das wirklich durchdrungen hat, das nicht an sich ranzulassen, also ich freue mich auch ehrlich gesagt nicht über Preise, das habe ich hingekriegt, dass man sich darüber nicht, weil ich so denke, ja, jetzt haben wir die nächste Woche und kriegt den irgendein anderer. Ich freue mich auch nicht über Hymnen und ich ärgere mich auch nicht mehr über Kritiken. Also ich versuche das wirklich nüchtern, wie du sagst, als Feedback-Kiste, als interessante Äußerung über das Werk, das man da hingesetzt hat, zu verstehen. Auch alle, die meckern und sagen, was sie scheiße finden, das verletzt mich nicht mehr. Ich finde das wirklich spannend und das kann einem auch helfen, weil man dann, also ganz oft ist negative, auch Pöbelkritik, wenn Leute auf YouTube irgendwas pöbeln unten, hat das schon Einfluss auf die nächste Staffel? Weil manchmal steht da was in Pöbelsprache, was, wenn man jetzt den Gestus dann mal rausnimmt, was stimmt. Und dann verbesserst du das das nächste Mal. Das hat ja auch Arze Schröder offenbar gemacht. Also auf dem Level, glaube ich, ist das toll. Man muss es irgendwie hinkriegen, sich nicht mehr an Hymnen zu orientieren, dann kriegt man... Also weder Hymnen noch traurige Moll-Songs. Das ist das, was ich immer alle, die ihre guten Kritiken auf Facebook posten oder die mit ihrem... Nöööööööhhh, wo ich dann denke, verstehe ich, aber ist dann nicht für euch so eine Kritik dann das Gleiche umgekehrt? Also wer seinen Preis auf Facebook postet und seine gute Kritik abfeiert, der muss doch dann äquivalent dazu, wenn er komplett von Nigamai oder sonst jemandem verrissen wird, in den Keller gehen und da weinen, was das Problem ja selten auf. Ja, oder tut, wahrscheinlich tut es nicht. Aber wenn man sich davon echt frei macht, aus diesem ganzen Zirkus sich rausnimmt und eigentlich sollte man auch keine Preise annehmen, diesen ganzen Quatsch, dann glaube ich, ist man auch gefeit davor, vor Trauer oder Depression zu zergehen, wenn mal einer sagt, ey, ich finde das scheiße, was du machst. Oder ich finde dich scheiße. Ich finde dazu, sind wir Typen, die irgendwie unsere Mikros in die Hand nehmen oder uns vor die Kamera stellen, auch ein Stück weit da. Sind auch dazu da, dass da einer sitzt und sagt, boah, die fresse den Vogelkande. Ich weiß noch, wir hatten mal so bei MTV so eine Zuschauerreaktionsbefrage. Also da wurden Leute vor meine Sendung gesetzt und wir hatten so Rädchen in der Hand. Und immer wenn sie was gut fanden, treten sie das Rädchen vor und wenn sie was scheiße fanden, treten sie das Rädchen zurück. Und ich hatte damals eine Sendung, die war immer mit Musikvideos unterbrochen. Und immer sobald Britney Spears war, ging diese Kurve, man konnte auf so einem Kurvendiagramm sehen, wie viel Prozent das Rädchen nach vorne gedreht haben, wie viel nach hinten, ging die Kurve so hoch und sobald ich wieder ins Bild kam, ging diese Kurve runter im Keller. Und hinterher wurden die befragt und ich konnte hinter einer verspiegelten Scheibe die alle sehen und konnte auch sehen, was die sagen. Krass. Ja, und dann sagt er so, na, wenn ich den Typen sehe, der geht mir das Messer in der Tasche auf und so. Und er sagt, ja krass. Aber ich habe dann irgendwann kapiert und natürlich ist das verletzend, vor allem wenn du noch jung bist und da so neu mit zu tun hast. Aber ich habe irgendwann wirklich kapiert, dass man ist auch dazu da. Die kennt dich ja nicht. Ich kenne auch Micky Beißenherz nicht. Der muss ein unfassbar netter Mensch sein. Der muss unglaublich vereinnimmend sein, weil alle Leute, die ich kenne, den mögen. Ich kenne ihn halt nicht. Ich kenne dieses Werk und das hat mich zu dieser Figur in Jogs inspiriert. Aber davon geht ja die Welt nicht unter. Auch nicht für Micky Beißenherz. Er kann das vergessen. Er kann das als Mosaiksteinchen nehmen in seiner Feedback-Wand. Eigentlich ist es egal. Nicht im Sinne von, es ist egal, was man so macht. Aber ich glaube, man kann sich überlegen, welches Feedback man gelten lässt und welches nicht. Und auch wenn man ein negatives Feedback gelten lässt, kann einem das ja auch konstruktiv weiterhelfen. Oder auch nicht. Wie weit bist du mit der Überwindung deiner eigenen Scham? Ja, nicht so weit. Ich schämte mich auch, als ich dieses Interview hörte mit Beißenherz. Oder diesen Podcast hörte mit Beißenherz und Pollack. Und Beißenherz sagt, dass ihn das total trifft, dass er da per sie fliegt wird. Und dann habe ich gedacht, meine erste Reaktion war, ich hätte ihn am liebsten angerufen und gesagt, ey, Alter, ist doch nicht so schlimm. Komm, lass mal was trinken oder so. Er hat mich total geschämt in dem Moment. Und finde aber auch gut, dass ich immer noch so schamvoll bin. Weil damit machen wir ja Jerks mit dieser Scham. Aber es geht, es ist, Scham behindert ja auch. Also Scham schränkt ja auch ein. Wie schaffst du es dann sozusagen, also dann das abzukoppeln in dem Moment, wo du in Potsdam in dem Ort spielst. Oder wo man vor vielen Leuten eine Rede halten muss oder so. Genau. Das abzukoppeln. Ja. Da muss man einfach, da gibt es auch keinen Ausweg. Da muss man einfach durch. Ich hasse das. Ich kann das auch nicht. Laudatios halten auf Preisverleihung und sowas. Oder in Talkshows gehen, wo viele Menschen sitzen. Das liegt mir überhaupt nicht. Aber du machst ja dennoch, also du, Scham bedeutet ja in dem Moment auch, du stellst dich vor ein Set hin und sagst jetzt, okay, jetzt mach mal folgende Szene. Also da stellst du dich ja auch hin vor vielen Leuten und sagst ja auch noch ein Stück weit, was die zu tun haben. Gleichzeitig auch in deiner Heimatstadt. An Orten, wo du sonst auch bist, wo du dich ja dann irgendwie so komisch benimmst. Wo man so eigentlich ja denken muss, oh Gott, hoffentlich sieht mich jetzt hier keiner. Also es scheint ja dann doch in den Momenten möglich zu sein, wo es für dich künstlerisch wertvoll ist, dass du das dann kannst. Ja, man beamt sich glaube ich dann in so eine andere Rolle. Ich habe einen Freund, der ist Pastor. Und der ist auch so, dass er auf der Kanzel steht, kann er plötzlich alles. Da ist er einfach in der Rolle des Pastors. Du hast den Talar an, stehst da oben und predigst, da sind alle Hemmungen weg. Und sobald das nicht mehr ist und du bist privat irgendwo unterwegs, bist du wieder mit all deinen Momenten. Ich glaube, man muss sich für diese Momente, in denen man weiß, da schäme ich mich schnell, irgendeine Rolle zurecht basteln. Oder, das habe ich auch gehört, und habe nicht mehr richtig geschnallt, von wem. Irgendeiner hat mal gesagt, das fand ich ganz toll. Man muss es irgendwie schaffen. Von vielen Momenten, in denen man sich schämt und die peinlich sind und die nerven, weiß man ja, in zwei Jahren werde ich das sehr lustig finden. Und jetzt den Versuch unternehmen, das schon in dem Moment lustig zu finden, wo es passiert. Also ich glaube, das ist eigentlich die beste Medizin. Aber wie weit bist du da? Das schaffe ich relativ gut schon. Du hast es in dem Podcast mit Nils Bokeberg, hast du es auch erzählt, oder habt ihr euch jetzt, erzählt er auch ja, dass du ja auch andere Menschen gerne mal in so eine, auch Freunde in eine Situation bringst, die jetzt nicht unbedingt von Vorteil sind. Und das machst du ja auch im Grunde auch mit dem Publikum. Also so, also gerade bei Jerks, ich gucke das und es gibt ja eine Reaktion. ist das so eine Art Gucken, Liebesbeweis, Test auch? So nach dem Motto, hält man es trotzdem mit mir aus, auch wenn ich jetzt so scheiße bin. Ich habe noch nie drüber nachgedacht. Also wie weit kann ich gehen, bis der andere sagt, Christian, tut mir leid, jetzt ist, Also ehrlich gesagt, mit echten Freunden macht man sowas ja in einem Pingpong. Man ärgert einen und er ärgert einen da zurück und so. Da geht es mir eigentlich nicht so sehr da um jemanden, einfach, aber das kennt doch jeder, dass wenn man einen Kumpel hat und man merkt, der ist jetzt gerade miesepetrig drauf, den dann ein bisschen zu piesacken, weil man weiß, gleich wird er noch miesepetriger. Das kann ja auch. Aber du hast ja eine totale Freude daran. Also du liebst das ja auch offensichtlich. Also das ist ja auch dein Thema, das ist ja so diesen zu sticheln und gucken, so ein bisschen schubsen und dann kriegt man so, aber es gibt ja auch die, ja, also so, gibt es auch einen zu viel? Ja, bestimmt. Also im Kunstkontext nicht, also Kunst ist ein viel zu großes Wort dafür, aber wenn man jetzt was wie mein neuer Freund macht, gibt es keinen zu viel. Das ist ja der Spaß, dass das immer, immer weiter geht. Im Zwischenmenschlichen gibt es natürlich einen zu viel. Also klar, wenn einer irgendwann sagt, nein, ich bin gerade echt nicht so drauf, hör mal auf, dann macht man natürlich nicht weiter. Einerseits gibt es Kotwörter bei dir? Ja, tatsächlich mal mit einem Kameramann. Kotwörter, ich weiß nicht mehr, wie es hieß, aber der hatte irgendwann, wir haben auch so ein komisches Miteinander entwickelt, das für uns gegenseitig so hochnamenständig und irgendwann ging es um Kinder und dann sagte er so, Kinder sind tabu, ich weiß auch nicht mehr, wie es war. Und dann haben wir so ein Kotwort vereinbart. Ich weiß aber nicht mehr, wie es ging. Aber es ist das einzige Mal. Ich war aber immer beleidigt, wenn er das Kotwort nannte, weil ich finde, ich erlebe das dann auch als Zurückweisung. Also wenn man in dieses Ping-Pong-Tritt des sich gegenseitig hochnehmens und dann sagt einer, nee, hat man das Gefühl, der will nicht mehr mit dir spielen. Das ist ein Liebesbeweis, ja. Im Grunde, ja, vielleicht ist es das. Und kann man dir vertrauen? Also wenn man ein Kotwort mit mir vereinbart hat und das Kotwort fällt, dann kann man mir vertrauen, dass ich dann auch, zwar sehr beleidigt und getroffen, aber dann auch aufhöre. Aber wenn ich jetzt dir was, also als Freund, Freundin, wirklich was erzähle und es gibt irgendwann eine Situation, die sich das erzählt, also im Vertrauen erzählen und es ist etwas, was mich sehr bewegt. Was denn? Ich habe mich das wirklich gefragt, ob man dir sowas erzählen könnte oder ob du das, also ob du nicht dann irgendwann sagen würdest, ob du das nicht dann in einem Moment sagst, ah, das erinnert mich doch daran, dass du das erzählt hast. Jetzt gucken wir mal, was, jetzt gucken wir mal. Ja, aber ich bin ja jetzt auch schon über 40 und habe dazugelernt, aber das habe ich ganz lange tatsächlich aus einem Grund dann gemacht, dass ich, also jemand sagt mir etwas oder ich weiß von einer Schwäche oder ich weiß von einer Geschichte, die jemand unangenehm ist und mir hilft oder half es immer, wenn sich jemand über diese Dinge, die ich schrecklich finde, lustig macht, weil die Dinge auf einmal ihre Dunkelheit, es erhellte sich, also die haben ihren Schrecken verloren, weil ich spürte, stimmt, man kann ja auch eigentlich einen Witz drüber machen, also, ja, ich weiß nicht, ich bin, habe meine Führerscheinprüfung nicht bestanden und bin scheiße drauf, der, der darüber einen Witz macht, hilft mir in dem Moment mehr als der, der sagt, oh Mann, das tut mir aber echt leid, komm mal her, ich nehme dich mal in den Arm, echt, oh, Führerschein ist durchgefallen und der, der aber sagt, oh Gott, du Spangenwild oder so, der ist mir lieber, weil dieses, weil auf einmal habe ich das Gefühl, ja stimmt, ich bin ja nur durch die Führerscheinprüfung gefallen, das ist etwas, da kann man jetzt einen Witz drüber machen, so, so sind aber nicht alle Menschen. Ja, also, Entschuldigung, gut, ich war, huch, ich bin selbst drauf gekommen, und ich habe oft gedacht, aber, dass es mir hilft, auch anderen hilft und habe immer nicht verstanden, und habe, aber inzwischen habe ich es verstanden, dass, manche Leute ist einfach, wollen einfach in den Arm genommen werden. Slow clap hier gerade. Ja, und inzwischen nehme ich Leute auch mal in den Arm, aber ich habe, ich habe ganz lange geglaubt, weil es mir wirklich hilft, in den Arm genommen zu werden, habe ich eher immer als Verstärkung dieses Gefühls, der Niederlage empfunden und als Verstärkung der Traurigkeit. Wenn wir einen Arm haben, war immer so, aber wenn einer einen Witz darüber macht, um mir zu verstehen, gibt, ey, ist doch jetzt auch nicht so schlimm, was dir da gerade passiert ist. Es kommt natürlich auch immer darauf an, was passiert ist, ja. Also, wenn jetzt, weiß nicht, Verlust der Großeltern, das ist der einzige Verlust in der Familie, die ich bis jetzt richtig erlebt habe, zum Beispiel, und da macht einer einen Witz drüber, weil das natürlich geschmacklos, das würde ich auch als verletzend empfinden, ja, aber, wenn ich, keine Ahnung, die Negemeier-Kritik damals zu meiner ersten Emdivision war auch, wurde oft auch, wurden Witze drüber gemacht. Es half mir aber, das zu verarbeiten. Und, also, jetzt in dem Verständnis auch, dass es anderen Leuten gibt, die sozusagen, kannst du jetzt auch, boah, ich hoffe nicht, das soll jetzt bitte nicht so therapiemäßig klingen, aber kannst du dich jetzt in den Arm nehmen lassen? Also, ist dir das gelungen irgendwann, also, dass du sagst, okay, ich kann das auch für mich, weil das ist ja schon, also, das eine ist ja so, so funktioniere ich, und das andere kann dir aber auch helfen. Also, geht das inzwischen? Ja, nee, doch, also, ich kann mich auch in den Arm nehmen lassen. Es kommt wirklich darauf an, was, was, was passiert ist. Also, ich sag mal, wenn meine Eltern sterben würden, dann würde ich mich freuen, meine Frau nehme mich in den Arm und machte keinen Witz darüber. So, aber wenn jetzt irgendwas anderes passiert, was ich nur so, was auch schlimm ist, ja, das ist schwierig, man müsste eigentlich so einen Katalog erstellen, welche Situation ist es denn, wer, da fällt mir jetzt auch, auch, auch spontan nichts ein, aber ich glaube, grundsätzlich hilft es mir, wenn man über das Missgeschick oder die traurige Begebenheit lacht. Das hat Ricky Gervais mal erzählt, eine spannende Anekdote von der Beerdigung seines, seiner Mutter, glaube ich, an der er und sein Bruder sehr hingen und die haben die ganze Beerdigung über sich, sich lustig gemacht, über den, nee, sie haben dem, genau, sie haben dem Pfarrer eine Rede geschrieben, weil man muss ja immer dem Pfarrer so Informationen geben, damit er die Trauerrede hält. Der kennt die Leute ja nicht und dann muss man Sachen sagen und die haben die Namen alle vertauscht und haben ihre Namen, äh, äh, also die haben sich, glaube ich, Bob und Andrew gesagt und dann sagt der Pfarrer immer, ja, und dann haben Bob und Andrew ihre Mutter und alle so, hä, was jetzt redet der da und sie mussten die ganze Zeit unfassbar lachen auf der Beerdigung ihrer eigenen Mutter und das nicht aus einer Haltung heraus von, mir doch egal ob Mama stirbt, sondern es war eine wichtige Person. Aber, und das konnte ich so gut nachvollziehen, diese, dieses Lachen auf der Beerdigung, war, beschrieb, Ricky Gervais, war der größte Trost für ihn, um mit diesem Schmerz umzugehen. Und ehrlich gesagt, ich verstehe das. Du würdest jetzt wahrscheinlich sagen, naja, aber es ist doch, sollen wir nicht erst mal weinen? Und weinen, was ich auch verstehe, aber ich konnte das auch nachvollziehen, dass man etwas, was dich betrübt, dass man dem die Medizin des Lachens gleich an den Bein stellt. Ich hatte das mit einem Freund, da ist der Vater gestorben und wir saßen und er hat Asche für zu Hause bekommen. Und dann sind wir zum Bestatter gefahren und er kam wieder raus und hatte so eine Bordeaux-farbene, als wäre er so bei der Kosmetik gewesen, kam er mit dieser Tasche zurück und da war dann die Asche seines Vaters drin. In so einer fast schon stylischen Dose. Das war so, wir konnten nicht mehr vorlachen, weil es so absurd war, dass ein Mann, eine Familie, ein Haus, alles mögliche und am Ende ist das so eine Douglas-Tasche und da ist jetzt das, that's it. Und was man dann so manchmal alles anstellt mit dem Leben, am Ende ist es halt so eine Douglas-Tasche und irgendwie so ein bisschen Asche. Und das fand ich schon, und da mussten wir auch, weil es so absurd war, das war auch super befreiend, dass man in dem Moment dann eben nicht, aber es ist, das geht eigentlich ja nur in einer tiefen freundschaftlichen Verbindung, dass man dann weiß, das ist jetzt der richtige Moment. Ich glaube, das ist auch das, was ich auch von der Zeit gelernt habe. das muss eben dann auch das mit demjenigen machen, der das auch, wie ich, zu schätzen weiß oder der es okay findet oder sogar als Trost wahrnimmt. Und das ist, finde ich, dann schon auch, also das ist für mich so der größere Liebesbeweis eigentlich dann, also zu wissen, man kann jetzt in dieser, also man schafft, man weiß dann genau, dass es jetzt geht, jetzt, jetzt, da gibt es auch gar, da muss man nicht danach sagen, oh ja gut, wir sind zu weit gegangen, sondern das ist im Flow, das ist der Rhythmus wahrscheinlich, dieser Freundschaftsrhythmus. Stimmt. Mein Sohn hat mir irgendwann gesagt, Papa sei nicht so ironisch. Mhm. Und weil ich natürlich auch manchmal, also jemand verletzt sich und dann sagt man, ach jetzt, jetzt macht man irgendwie, jetzt hat es aber besonders weh und so weiter und so fort und diese, und ich habe in einem Podcast gehört, dass du, dass du, dass du das, dass du als von deiner Tante das Buch der kleinen Zyniker geschenkt bekommen hast. Und ich habe mich gefragt, wie du das, also wie ist das in dem Familienzusammenleben? Also ich muss mich jetzt tatsächlich auch, ich merke dann, okay, er versteht das auch noch nicht, dass ich mich dann als Papa darüber lustig mache oder so, der will ernst genommen werden in seinem Schmerz und so weiter und so fort. Wie machst du das in der Kindersituation, in dem Vater sein, nicht rein zu verfallen, zu sagen, ja, ja, da spüren keinen Schmerz, sondern das auch ernst zu nehmen, wie, oder versuchst du da eher zu sagen, ja komm, die Hornhaut ist nicht unwichtig. Nee, ich finde komischerweise mit den Kindern funktioniert das nochmal ganz anders. Also da bin ich der, der diesen Schmerz sehr ernst hat, weil ich das früher auch immer gehasst habe, wenn du als Kind dir wehgetan hast, gar nicht im Sinne von sich drüber lustig machen, aber dieser Satz, ach, so doll war es doch nicht. Wo willst du denn wissen, wie doll das jetzt war, also das ernst nehmen. Humor, aber haben meine beiden Kinder automatisch entwickelt, auch Ironie, also meine Tochter findet Ironie unfassbar spannend, also die Umkehrung von dem, was man meint, ins Gegenteil, das ist für sie so eine Art Spiel, das spielt die andauernd, also immer was ironisch sagen, alles umdrehen, ins Gegenteil, das findet sie total spannend. Also sie kann damit umgehen, sozusagen. Kann damit total umgehen, ja, aber ich bin jetzt auch wirklich den Kindern gegenüber niemanden, der jetzt, der sie verarscht, sodass ich jetzt meine Kinder hochnehmen würde oder einen Witz machen würde über ein Leid. Das Gott sei Dank ist das noch nicht passiert. Du hast über Jerks gesagt, dass es für dich eine Art Therapie war. Ja, aber ich glaube, das war mehr so gesagt. Das hörte sich sehr groß an. Ja, ja. Und deswegen war ich so, aber okay. Nö, das ist es nicht wirklich, also das hat nichts verändert. Zeigst du dich verletzlich? Ja, inzwischen kann ich das. Weil du weißt, dass das auch heilsam ist gegen Scham? Ja, einerseits das und andererseits glaube ich, dass es immer ganz gut ist, wenn dein Gegenüber dich einschätzen kann und weiß. Ich habe lange gedacht, man muss eigentlich so uneinschätzbar wie möglich sein, dann ist man auch gefeit vor Schlägen oder vor Schmerzen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Ich glaube, man muss, das ist auch Fahri, wirklich ein Lehrmeister. Fahri ist ein offenes Buch, der ohne, dass es unangenehm würde, weil das ist ja auch oft die Angst, seine Verletzlichkeit zu zeigen, wenn du denkst, sie schämen mich, jetzt habe ich eine weiche Seite gezeigt. Und Fahri ist da beispielhaft, weil der das auf so eine souveräne und würdevolle Art tut, all seine Schwächen offen zu legen, da ist er mir echt ein Vorbild. Das ist so entwaffnend und so heilsam, dass alle am Tisch wissen, wie es dem gerade geht und alle können auch alles einschätzen, was er gerade tut und sagt. Das hilft, wenn man das kann. ist das ein guter Schutz vor allem. Also es hilft der Kommunikation mit anderen, weil die checken dich. Es hilft auch davor, falsch verstanden zu werden. Kannst du dich an eine Situation erinnern, wo dir das wirklich geholfen hat? Wo du gemerkt hast, okay, hier hätte ich sonst vielleicht anders entschieden und dann habe ich mich hingesetzt und gesagt oder hingestellt und gesagt, oh. Weiß ich nicht mehr. Ich habe irgendwann dazu übergegangen, Lampenfieber zu thematisieren. Also ich habe Lampenfieber, wenn ich öffentlich auftreten muss und habe immer gedacht, das sei ein Zeichen von mangelnder Souveränität und bin jetzt dazu übergegangen, das einfach zu sagen. Leute, ich bin so aufgeregt gerade. Ich scheiße mir gleich echt in die Hose und schon hilft das, weil man das Gefühl hat, ich habe es dir jetzt gesagt. Ich kann nicht mehr enttarnt werden oder ertappt werden, als der, der hier auf souverän macht, aber eigentlich voll Lampenfieber hat, sondern ich sage gleich, ich habe Lampenfieber gerade. Ich bin echt aufgeregt gerade und dann ist das schon mal weg. Dann musst du nicht mehr so spielen, als wärst du gerade der coole Entertainer. Entertainer. Und würde dir dann helfen, wenn ich dann einen Pupswitz mache? Einfach so einen Pupswitz? Einfach so vollkommen, du sagst, du hast eine goldene Kamera, sagst jetzt, wir stehen hinter der Bühne und du sagst, boah, ich bin so aufgeregt, das ist wahnsinnig, ich schlafe seit drei Tagen nicht und ich erzähle dir irgendwie ein total, den absolut, ich entgegne etwas komplett anderes, machen, oder sagen, die ziehen wir hier an meinem Finger. Ich weiß nicht, ob mir das helfen würde, aber ich würde es, ich würde es, glaube ich, sehr interessant finden. Ich glaube, ich überlege das ja auch, es gibt ja so Tests, wie man sich so, dass man sich selber besser einschätzen kann, aber auch das Gegenüber und aber auch so, ob es nicht so was, also so Anleitung für einen selber, die man auch den anderen gibt. Also so Manuals, aber würde natürlich auch ganz viel Spaß und Kreativität haben. Woher schöpfst du deine größte Kreativität abseits von Facebook-Kommentarspalten? Aus allem, also wir haben, eigentlich aus jedem Moment, was war denn neulich noch? Achso. Leander Hausmann hat mich eingeladen zu einer Leander Hausmann-Retrospektive. Ich trinke einen ganz kleinen Schluck, wir haben ja nichts mehr zu drücken von deinem Wasser. Aber ich wusste gar nicht noch, was da drin war. Aber ich teile das gern. Leander Hausmann hat mich eingeladen zu einer, zu der großen Leander Hausmann-Retrospektive und gesagt, also es werden alle Leander Hausmann-Filme gezeigt im Kino. Alles, was Hausmann je auf Filmen gebannt hat, wird nochmal in der großen Leander Hausmann über Wochen, also über vier Wochen, jede Woche, oder fünf Wochen, jede Woche ein Film und es wird immer auch der Haupterstatter des Films eingeladen. Und er lud mich eben ein zum retrospektiven Tag Herr Lehmann und ich sagte, okay, ich komme. Und was damit nichts zu tun hat, aber auch interessant ist, ich habe Leander, wir waren wirklich sehr, sehr gut befreundet und ich bin sogar Patenonkel von seiner Tochter und habe irgendwann vergessen, seiner Tochter zum Geburtstag zu gratulieren. Und dann im Jahr drauf wieder vergessen und dann dachte ich, jetzt musst du langsam, weil wir dich mal entschuldigen. Und dann wurden daraus zehn Jahre, weil ich immer dachte, ah wie unangenehm, das habe ich mir schon zwei Jahre, ich habe mir schon drei Jahre nicht gratuliert, jetzt muss ich mich wirklich aber mal melden und dann, was sage ich denn? Und es wurde immer peinlicher, sodass ich jetzt zehn Jahre angehäuft habe, in denen ich keinen Kontakt mit Leander Hausmann hatte, weil ich mich so sehr dafür schämte, seiner Tochter nicht zum, also meinem Patenkind nicht zum Geburtstag geschenkt zu haben, mich auch nie gemeldet zu haben. So haben wir es aber nach zehn Jahren dann wieder gesehen, als ich ihm dann auch gestand, dass mich das total beschämt. Und er holt mich eben ein zu dieser großen Leander Hausmann-Retrospektive und stellt er sich heraus, das ist in seinem Bezirk in Friedrichshagen, also da, wo er wohnt, das Kino nebenan, mit dem er freundschaftlich verbandelt ist, hat er sich selber diese Retrospektive organisiert und zeigt dort jede Woche einen seiner Filme und erzählt vorher ein bisschen und lädt Friedrichshagen da ein und erzählt. Und dann haben Leander und ich beide sehr, und Leander ist auch jemand, der wirklich wahnsinnig gut über sich lachen kann und dem es auch hilft, glaube ich, wenn andere auch mal über ihn lachen. Und wir mussten beide sehr darüber lachen, dass er seine eigene Retrospektive in einem kleinen Kino in Friedrichshagen organisiert und haben uns schon vorgenommen, das in einer Folge Jogs irgendwie mal zu thematisieren, dass dich da einer, der große Regisseur lädt ein zur großen Retrospektive und kommst du an und dann ist das ein kleines Kino, er hat es selber gemacht und so. Und wir hatten dann die Idee, so einen kleinen, bedürftigen Leander zu erzählen, der mich quasi stalkt und ständig will, dass man zu seiner Retrospektive kommt und nochmal Lehmann 2 macht unbedingt und so. Also auf die Frage, wo das so herkommt, ist in Situationen wie diese. Es könnte auch sein, dass man in der nächsten Staffel nochmal was macht über jemanden, den man persifliert hat und dann schämt man sich für die eigene Persiflage und fährt hin und will sich entschuldigen oder irgendwas und übertreibt darüber, aber auch nochmal und macht es nochmal schlimmer oder so. Also alles, was dir passiert ist, kann in Jerks münden. Oh Gott, der arme Micky. Nora hat mir hier, du sitzt gerade genau auf ihrem Stuhl, hat mir erzählt, dass sie so eine Art Dorfältestenrat hat und dass sie einfach Leute hat, mit denen sie spricht und so weiter, die sie immer wieder fragt, du lachst mich schon so an. Das klingt sehr nach Nora, also ich glaube, dass sie das gesagt hat. Gut. Hast du sowas auch? Nee. Gut. Also hast du niemanden, mit denen du, also diese Menschen, die du dir vorstellst, hätte ja sein können, dass die das sind, aber sind sie nicht? Dass es so einen realen Austausch gibt, nee, ich stelle mir das immer vor. Wirklich, ich stelle mir immer vor, was würde der wohl sagen, ja wahrscheinlich hat er recht, okay so. Ich müsste dann nicht wirklich den dann anrufen. Schreiben wir ins Manual. Mach dir keine Sorgen, er meldet sich nicht, aber du bist ihm sehr wichtig. Du bist da. Ja, das stimmt. Ja, das ist aber tatsächlich so. Dass sich nicht melden, hat bei mir keine, ist nicht Ausdruck von mangelndem Interesse. Also viele Leute sind immer da, wo ich selten Kontakt zu ihnen habe. Ich habe noch drei schnelle Fragen fürs Ende. Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst? Disziplin. Ich glaube, ich habe da Schwächen. Also ich könnte noch disziplinierter sein, glaube ich. Aber du bist doch ein sehr ordentlicher Mensch, Nein, null. Ich habe erst gedacht, weil du hier so den Tisch noch so ein bisschen sauber gemacht hast. Nee, weil ich mich so schäme für meine Schweißflecken. Ich schwitze, weil es hier so warm ist und immer wenn ich den Tisch berühre, dann hinterlasse ich so Flecken. Achso. Und das ist mir unangenehm. Und ich dachte eigentlich, oh Mensch, der hat aber, das ist ja ganz schön ordentlich. Achso. Nee, nee, nee. Es ist einfach, ich hinterlasse hier so Schweißflecken auf dem Tisch. Nö, ich habe es gerade jetzt auch mit dieser, ich wäre gerne, ich würde gerne mit dem Thema Datelines besser umgehen. Ich habe das jetzt im Kopf, weil ich halt gerade aus dieser Schnittzeit komme und es ist immer so die ersten zwei Folgen, dass ich mir unfassbar viel Zeit, weil ich denke, warte, du musst ja erst irgendwann im Mai abgeben und dann hinten raus wird die Zeit immer so eng und ich würde gerne disziplinierter mit Zeit. Umgehen. Auch mit sowas wie Sport und all das. Mein Arzt hat auch gesagt, ich muss echt jetzt anfangen zu laufen und ich kann mich dazu nicht aufraffen und das muss ich gerade lernen. Gibt es ein Buch oder einen Film, was dir in deiner, naja, also in deinem, wie ich schon finde, so frei werden, dann doch geholfen hat, was du weiterempfehlen kannst? Was du vielleicht der Tochter von Lerner Hausmann zum 18. schenken würdest? Ja, den könnte man, es gibt einen Film von Todd Solange, der heißt Happiness, der ist wirklich mein All-Time Nochmal? Happiness. Von? Todd Solange. Spricht man glaube ich so aus, Solange. weil der so ehrlich ist und so angstfrei, also es geht um so schöne Sachen wie Pädophilie und auch dem immer die Komik abgewinnen kann und es gibt diese, es tut weh und es ist gleichzeitig komisch. Es gibt eine Szene in dem Film, wo es ein pädophiler Mann und er will sich an den Freund seines zehnjährigen Sohnes ranmachen. Das ist, wenn man das erzählt, kann man glaube ich nicht nachvollziehen, was daran irgendeiner Weise auch komisch an soll. Jedenfalls versucht er dem so Schlafmittel ins Essen zu mischen, Abendbrot. Und der Junge will aber nicht essen. Hat einfach keinen Hunger. Und diese Not, dieses Familienvaters, der auch wahnsinnig, du bist überrascht, dass der Pädophil ist, weil er so unglaublich sympathisch am Anfang gezeichnet wird. Und das Gemeine an diesem Film ist, dass du diese Not dieses Pädophilen plötzlich nachvollziehen kannst. Auf eine unverschämte, ungehörige Weise ertappst du dich dabei, zu denken, ach, jetzt will der das Brot nicht essen. Oh Mann, ja. Und du hasst dich dafür, dass du dem auf den Leim gegangen bist und natürlich denkst du, Gott sei Dank hat er das Brot nicht gegessen und du gehst hier gerade mit einem Pädophilen mit. So, dass das ein Film schafft. Es gibt auch ein paar Stellen in Breaking Bad, wo ich auch so fasziniert bin davon, dass du da stehst und denkst, knall ihn ab! Du denkst, oh Gott, das kannst du doch nicht jetzt wirklich wollen. Und das Film hat diese unverschämte, dieses Potenzial haben, dich auf so eine unverschämte Weise zu einem bösen Menschen zu machen. Und sei es nur für ein paar Sekunden. Das finde ich wirklich faszinierend und beeindruckend. Das passiert bei Happiness. Und rein erzählerisch zur Zeit, ich habe gerade die zweite Staffel Fleabag gesehen, die ich einfach erzählerisch fantastisch finde, weil es einfach so eine unaufgeregte Comedy ist, die mir nicht ständig die Gags serviert, sondern das wahnsinnig beiläufig erzählt. Und liest du? Viel zu wenig. Was ist ein Buch, was du verschenkst? Ich verschenke nie Bücher. Ich verschenke, ähm, was verschenke ich denn? Das ist eine gute Frage. Blumen? Ich schenke eigentlich meistens Blumen. Ähm, ich finde, dass Johanna Ardojan, also ich bestelle mir viele Bücher. Ich habe ganz viele Bücher zu Hause, die ich noch nicht gelesen habe. Ähm, und ich finde, dass die Instagram-Seite von Johanna Ardojan so toll ist. Kennst du die? Die empfiehlt immer, also sie postet immer Bücher und schreibt dazu, so, ähm, so kleine Feuilleton-Stücke zu dem Buch, warum dieses Buch jetzt so toll ist. Und ich habe mir schon drei Bücher gekauft, die Johanna Ardojan auf ihrer Instagram-Seite empfiehlt. Natürlich kein einziges angefangen. Ähm. Aber es sieht schön aus im Set. Ja, und ich will das auch. Ich habe ja, es ist ja wirklich so, dass ich in dieser Schnittzeit, es ist ja wirklich so, so eintauche und nichts anderes mache. Und jetzt freue ich mich auch mal wieder, ein Buch zu lesen. Die letzte Frage. Ich habe eine große Plakatwand am Alexanderplatz. Imagination. Achso, ich dachte, du bist wirklich. Du guckst mich gerade an. Echt? Cool. Nein. Und du kannst entscheiden, welcher Satz oder welches Wort von dir dort für eine Woche zu lesen sein wird. Was wäre es? Es darf keine Werbung sein. Wie? Es muss aber von mir sein, das Wort. Oder der Satz. Es kann auch ein Zitat sein. Ich würde das umhängen, dieses Zitat von, es ist so schrecklich, das, also von dem Mann, der auch, wie heißt es, also es gibt, in Mitte hängt doch dieses Emaille-Schild, wo drauf steht, der Tod ist eine Unverschimmtheit und er gehört verboten. So in der Art, ne? Kann sein, ja. Fantastisch, diesen Gedanken. Und dieses Schild würde ich da hinhängen, würde ich umhängen einfach, aus Mitte, Alexander ist ja auch in Mitte, aber ich würde es halt, es hängt in den Hackischen Höfen, hängt es, glaube ich, und ich würde es an Alexanderplatz hängen. Der Tod ist eine Unverschämtheit und gehört verboten. Der Tod sollte verboten werden, der ist, ja, genau, der Tod ist eine Unverschämtheit, der sollte verboten werden. So in der Art geht der Satz. Aber den Satz würde ich auch so da hinschreiben. Warum? Ich finde dieses Konzept, also ich finde das so eine Frechheit, dass du auf die Welt gesetzt wirst und kannst dich an all diesen vielen tollen Dingen erfreuen und dann irgendwann sagt er, so, vorbei, und dann ist das vorbei. Ich finde das eine Frechheit, dieses Konzept. Das ist wirklich, also der Tod ist echt eine Unverschämtheit. Das ist schon wirklich treffend formuliert. Ja. Und einem auch überhaupt einen hier hinzusetzen und einem nichts zu erklären. Also nichts einfach rum, was sind wir denn jetzt hier? Sag doch mal einer irgendwas. Das sagt einem ja keiner Bescheid. Warum eigentlich hier ist. Was das alles soll. Das ist eine Frechheit eigentlich. Was glaubst du, warum du hier bist? Ja eben, ich weiß es wirklich nicht. Was glaubst du aber? Also was ist so deine Ahnung? Meine Strategie ist, das zu akzeptieren, das nicht zu wissen und auch nicht zu suchen nach einer Antwort oder so, sondern einfach sich zufrieden zu geben mit der Gewissheit, dass man diese Antwort nicht bekommt und dass das immer nur Glaube ist. Du kannst an irgendwas glauben, das reicht mir aber nicht. Ich möchte gerne wissen. und sich damit einfach zu begnügen und sagen, so ist es. Ich habe keine Ahnung. Das wäre, glaube ich, wenn man das war, das ist Gelänge. Aber ich habe keine Lust mehr, so in den Sinn des Lebens zurecht zu glauben oder irgendwelche Gedanken wieder zu machen oder an Gott zu glauben oder so. Eine Hoffnung. Das ist ja die Frechheit, dass du hier bist und ständig irgendwas glauben sollst. Eine Unverschämtheit. Ich bedanke mich. Es ist ein Wunder, einen besseren Abschluss hätten wir nicht finden können. Ja, das stimmt. Wir schließen mit dem Tod. Wir schließen mit dem Tod und vielen herzlichen Dank. Es war eine große, große Freude. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Wir sind verschwitzt. Wir haben richtig geschwitzt. Aber das Mikro ist auch ganz nah. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich wie immer, wenn ihr diesen Podcast abonniert, damit ihr keine Folge verpasst, wenn ihr ihn bewertet oder einen Kommentar hinterlasst, am liebsten mit einem Gästewunsch. Und ich freue mich wie immer über Instagram-Stories von unterwegs, damit ich sehen kann, wo ihr den Podcast so hört. Vielen herzlichen Dank an Audible und an Sonos für den Support. Vielen herzlichen Dank an Anni Hoffmann für die redaktionelle Unterstützung und an Jan Köppen für die Musik. Und jetzt gibt es wie immer eine kleine Podcast-Empfehlung zum Weiterhören. Und jetzt gibt es wie immer eine kleine Podcast-Empfehlung zum Weiterhören. Das ist ein Podcast, den ich in letzter Zeit häufig höre. Und zwar ist es der Making-Sense-Podcast von Sam Harris. Und da unterhält sich Sam Harris über sehr, sehr spannende Themen, ein bisschen größere Themen wie Naturwissenschaften, Medizin, Philosophie, Religion. Es geht um Selbstachtung, Meditation. Es geht auch mal um Drogen, um Politik und ganz, ganz viele andere Sachen. Und es ist nicht nur so, dass man da so nur zuhört, während er Fragen stellt. Da wird auch Position bezogen. Ich finde es sehr spannend, weil es ein bisschen so meinen Denkhorizont erweitert hat. Hört ihr unbedingt mal rein. Making-Sense mit Sam Harris. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht, eine gute Fahrt, viel, viel Spaß beim Dusche sauber machen, beim Spülmaschine ausräumen, beim Autoputzen, beim Fahrrad, Reifen aufpumpen und natürlich nicht zu vergessen beim Zähneputzen. Bis zur nächsten Woche. Euer Matze.